Dieser Podcast wird euch präsentiert von PK-Pro. Hallo und herzlich willkommen beim Adeptus-Stammtisch und zum nächsten Deep Dive für Rattendinge, die sich der liebe David David gewünscht hat vom Team Stammtisch. Einen schönen guten Abend. Yay. Endlich wieder ein bromantischer, ich glaube, so hat man das letzte Mal getroffen, nicht wahr? Ein bromantischer Podcast. Passend dazu, dass morgen Valentinstag ist, gehen wir heute auf Weltvernichtung ein, auf Mutantenratten und auf das Chaos, um das die Welt erobern wird. Also eigentlich ist es doch schon das Romantischste, was man finden kann, oder nicht? Ja, definitiv. Also ich meine, was werden wir morgen Abend tun, Brain? Ich werde dasselbe, was wir jeden Abend tun. Wir werden die Weltherrschaft an uns bringen. Narf. Narf, genau. Was trinkst du, was apokalyptisch gut ist? Tatsächlich wird es wahrscheinlich wirklich die Apokalypse ausrufen, wenn ich das sage. Ich trinke ein alkoholfreies Radler. Oh ja. Oh ja, das ist lecker. Ich trinke heute einen dystopischen Eistee, Alt-Tee, wollte ich sagen. Eistee, nämlich den von Wolwig. Und der ist deswegen dystopisch, weil er zuckerfrei ist fast. Ich weiß, ich weiß. Also heute sind wir kontrovers. Wirklich, sonst sind wir voll Zucker und voller Alk und heute mal richtig gesund quasi. Heute sind wir FSK-12. Wahnsinn. Ja, ja. Wart mal ab. Wir haben ja noch drei Stunden vor uns. Nein. Ja. Damit haben wir die Getränke geklärt. Und ich würde sagen, wir gehen wie immer in unsere Deep-Dive-Folgen. Falls ihr noch keine davon gehört habt. Die gliedern sich immer in die Reihenfolge auf, dass wir zuerst nochmal grob die Armee vorstellen. Das heißt, welche wichtigen Fähigkeiten gibt es, die die Armee hat. Was macht sie so besonders? Welchen Spielstil hat sie? Wie einfach oder nicht einfach ist sie zu bemalen? Und dann gehen wir in ein paar Listenbeispiele, wie man die denn kompetitiv, wichtig ist, es ist ein kompetitives Format, spielen kann. Und da sind Scaven ja aktuell tatsächlich, laut Dario und Colin, die Nummer eins. Ungeschlagen. Die sind doch super. Also, ja. Ja. Freue mich. Total. Das Ding ist, dass die Armee halt... Ja, da kommen wir gleich zu. Aber ich sage mal, the sky is the limit bei denen. Ja. Schauen wir mal. Ja. Okay. Was ist denn deiner Meinung nach so dieses Ding, was Scaven ausmacht? Also, warum sollte ich Scaven spielen, wenn ich auch andere coole Sachen wie Orcs spielen könnte, die einfach mit 13 Punkten Vorsprung beginnen? Weil bei Scaven ist das Interessante, du hast zwar die verschiedenen Clans. Ja. Aber du kannst alle Clans zusammenspielen, du hast jetzt nicht so deine Unterfraktion, also du hast nur wirklich ganz grob Scaven oben drüber, aber du hast keine Unterfraktion. Du kannst wirklich von jedem Clan alles mit reinnehmen. Das Einzige, was sich halt ändert, sind die Battlelines. Die hängen halt davon ab, welche Helden du dabei hast. Die müssen nicht mal general sein. Es hängt nur davon ab, dass du die Helden dabei hast. Und dann ändert sich die Battleline. Und eventuell einige Clan-Eigenschaften werden erst durch Helden freigeschaltet. Ja, genau. Aber du hast halt eine unglaubliche Vielfalt, die du dadurch nutzen kannst, weil du überhaupt nicht darauf beschränkt bist, dass du sagst, ach, jetzt habe ich hier Masterclan. Jetzt muss ich mich darauf versteifen. Überhaupt nicht. Das ist total genial. Ja, da muss ich auch sagen, ist es mir heute tatsächlich, weil ich auch kein Scaven-Spieler bin, standardmäßig, ist es mir relativ schwer gefallen, diese typische Clan-Baum-Schule-Whatever-Empfehlung auszusprechen, weil du halt einfach alle mitnehmen kannst. Es gibt so ein paar, wo man darüber diskutieren kann, ob die sich lohnen. Aber grundsätzlich bist du ja nicht limitiert auf irgendwas, sag ich mal, wie Oakenbrow oder wie Helloheart, keine Ahnung. Und das finde ich sehr, sehr erfrischend. Du hast halt einfach Scaven-Tide fertig. Genau. Einfach Scaven-Tide und dann bau dir das Schönste daraus, was du machen möchtest. Und das kann erst mal ein bisschen verwirrend sein oder ein bisschen überwältigend sein. Ja. Weil gerade wenn man andere Battletorms gewohnt ist, dass du sagst, okay, jetzt nehme ich halt das Battletorm, dann suche ich mir vielleicht bei einer Unterfraktion aus und dann gucke ich mal, was mir daraus zusammenpassen kann. Da stehst du da und sagst, okay, ich kann das alles machen. Huch. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist gut, warum ich sagen würde, Scaven sind auf jeden Fall ein sehr interessantes Volk. Und erst recht, wenn man sich dann halt noch anguckt, was du durch die verschiedenen Clans freischaltest. Das ist dann wirklich richtig genial, wie ich sagen muss. Ja. Was ich noch mit einwerfen würde, warum man Scaven spielen sollte, ist einfach, die Armee ist null lesbar. Null. Ja. Das Problem ist, für dich auch, in der Regel, ähm, aber, äh, was, was hier halt einfach ein ganz, ganz großer Punkt ist, und den kann man, glaube ich, nicht dick genug betonen. Die Armee ist so random mit allem, was sie tut, dass der Gegner ganz, ganz schwer predikten kann, was als nächstes passiert. Weil, egal was du machst, es hat irgendwie, wenn, wenn, also es ist immer so eine Wenn-Dann-Funktion, sag ich mal, ne? Also, wenn Punkt A, dann B, wenn aber C, dann D. Und, ähm, das kann sowohl für dich gelten, das kann aber auch im Umkehrschluss für den Gegner gelten. Und, äh, deswegen ist es immer so, uff, ja, was macht er da, okay, was macht er da gerade? Was, was, was passiert hier gerade? Also, ich hab, ich hab festgestellt, bei Scaven ist tatsächlich, ja, du hast einen enormen Random-Faktor drin, ne? Ja. Und sie, dadurch funktionieren sie unglaublich gut, ähm, wenn du aber, ähm, gleichzeitig den Zufallsfaktor so gering wie möglich und so hoch wie nötig hältst. Ja. Ähm, du selbst weißt, musst du die Armee kennen, um zu wissen, okay, ähm, mit welchen Zufällen kann ich umgehen, sind aber immer noch so sehr aktiv, diese Zufälle, dass sie den Gegner psychisch so belasten, dass er immer vom Schlechtesten ausgeht für ihn. Das stimmt. Das heißt, du hast zum Beispiel eine Höllengrubenbrut, die, ähm, sich zwei W6 bewegt. Ja. Du kannst davon ausgehen, dass der Gegner immer mit 10 Zoll rechnet. Ja. Im, im Normalfall sehe ich sie meistens mit 5 Zoll laufen, aber der Gegner rechnet mit 10 und hält sich zurück. Wir sind so eine Sache. Ähm, als Gegner rechnet man immer mit dem Schlimmsten und dadurch, das, äh, dadurch wird die ganze Strategie von dem, erst mal so im Kopf, oh Mist, was mach ich jetzt? Das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren. Wenn du da sitzt und denkst, ja, aber wahrscheinlich passiert's nicht, sagst du natürlich nicht, ne? Ist klar, aber, ähm, du musst zusehen, dass die Zufälle, ähm, die du hast, so, so wenig wie möglich sind, damit du, ähm, gut damit arbeiten kannst. Die psychisch. Ja. Mit ein paar zufälligen Zufällen musst du rechnen, beziehungsweise mit ein paar, ähm, Sachen, mit denen du, die du nicht, äh, hundertprozentig vorhersehen kannst, wo du sagst, okay, du musst dich darauf verlassen, dass es hoffentlich funktioniert, damit dein Plan aufgeht. Ja. Aber wenn er dann aufgeht, dann hauchst du auch zu mit dem Skaven. Ja. Ich find halt, gerade bei Skaven diese Psychospielchen lustig, die du mit der Armee machen kannst, ähm, wahrscheinlich neben Slanisch mit die Armee mit den meisten Psychospielchen. Und wie du's eben schon beschrieben hast, das hätte ich nämlich auch gesagt, alleine, weil es möglich ist, muss der Gegner damit rechnen. Du wirst, also du als Skaven-Spieler stehst da und denkst dir so, ja gut, wird halt nicht passieren. Aber was ist, wenn es passiert? Ja. Einfach nur dieses, was wäre, wenn, ist halt schon dieses, dieses Psycho-Ding, wenn der Gegner weiß, ah scheiße, wenn der jetzt seine 12-Zoll-Bewegung macht und dann auch noch einen guten Charge würfelt, dann schafft der das ja wirklich. Mhm, ganz genau. Und wenn denn so eine gebaffte Höllengrubenbrut in die Flanke rein donnert, das wirst du nicht. Das ist so. Deswegen, da steht da jeder da und sagt, ah Mist. Ja. Ja, das könnte ich machen, aber den ist da offen. Und dann kommt er da vielleicht reingeportet. Ach. Macht er das? Ich weiß nicht. Genau. Ja. Ja. Und du stehst da? Und du stehst da? Ich hab auch keine Ahnung. Und das ist eigentlich bei Skaven geil. Und halt Skaven ist für mich die Fraktion, jetzt mal unabhängig davon, wie sie sich spielen, das ist die Fraktion für Leute, die die Welt einfach brennen sehen wollen. Ja, definitiv. Ja. Also die, die, ähm, gibt da so einige Listen im Kopf, die ich schon gesehen habe, wo ich dachte, ey, du wolltest wirklich einfach sagen, ich mach es, weil ich es kann und hoffe das Beste. Genau. Also, hatte gerade letztens gegen einen gespielt, der hatte auch zwei Warp-Blitz-Kanonen dabei. Ja. Und ich hab einfach nur schlechte Erfahrungen mit den Teilen gemacht. Und der hat mich so weggeblitzt damit. Ich so, kann doch nicht dein Ernst sein, ey. Wenn ich den nutze, passiert dann nie was. Und der würfelt da wie ein junger Gott. Ich hab, boah, Alter. Aber keiner muss von der Hinten losgehen. Ja, mein bester Freund, der Tobi, groß geht raus, falls du zuhörst. Ich weiß, du hörst nicht so regelmäßig zu, du Arsch. Ähm, äh, der spielt ja auch ganz viel Skaven und der hat immer drei von diesen Kanonen dabei. Und der ist so einer, der, 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 wenn, immer in dem Moment, wo er es nicht braucht, da würfelt er die Eins bei der Warp-Blitz-Kanone. Und irgendwas bei mir explodiert einfach ganz jämmerlich. Und, äh, immer dann, wenn er es genau braucht, wirft er die Sechs. Ja, genau. Aber dann macht's irgendwo bumm und er ist trotzdem zufrieden. Und das find ich wichtig. Weil der freut sich dann immer so, yay, es ist irgendwas gesprengt worden. Wuhu. Und, äh, das ist halt cool. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also deswegen Skaven sind halt wirklich eine, ähm, enorme Spaßfraktion. Und wenn man sie spielen kann, wie man jetzt auf dem, in der Meta sieht, können die auch unglaublich viel machen. Also, ähm, dann stehst du da ein paar Ratten entgegen und du denkst, was passiert dir gerade? Warum verliere ich? Genau. Ähm, wo wir gerade an der Stelle sind, ähm, das ist eine gute Überleitung. Ähm, was würdest du sagen ist, oder wie, wie, wie ist der Spielanspruch an Skaven? Wir haben jetzt schon gesagt, die sind sehr random, die, da kann alles passieren oder auch gar nichts. Was, was würdest du sagen? Wie, wie, wie schwer sind die? Die sind ziemlich schwer tatsächlich. Ja. Also, um, um, um wirklich erfolgreich mit denen zu sein, dass man auch wirklich, ähm, eine gute, ähm, win-lose Ratio hat, muss man schon wirklich viel mit denen, ähm, gespielt haben, viel probiert haben und wissen, wie die funktionieren, wo, wo du halt weißt, ähm, wie hoch ist der Zufallsfaktor? Oder wo kannst du mit was für Sachen rechnen ungefähr? Ja. Ja. Ansonsten, ähm, Skaven wollen, zum Beispiel, also, weil ich sie kenne oder auch gespielt hab, du möchtest pro Phase oder pro Runde möglichst wenig Einheiten im Nahkampf haben, gleichzeitig. Ja. Weil ansonsten, wenn dir am frühen Spiel, ähm, großwundige Modelle oder große Modelle wegfliehen, dann hast du schon früh im Spiel verloren. Deswegen hast du zum Beispiel deine ganzen Clanraten und alles, schickst dann nach vorne, schickst dann eine Einheit nach vorne mit 20 Clanraten, ist egal, wenn die sterben, es sind 100 Punkte. Aber der Gegner hat halt eine Nahkampfphase damit verbracht, an den zu hängen und du konntest dich weiter auf Vorbereitung zum Beispiel. Das stimmt. Und das musst du halt lernen zu spielen, lernen, deine Aufstellung zu machen, ähm, und auf den Gegner ordentlich reagieren. Also, ich find die schon sehr, ähm, ja, fortgeschritten auf jeden Fall, beziehungsweise du musst halt wirklich viel damit üben, wenn du als Anfänger bist, um da, ähm, eine sehr gute, ähm, Gewinnrate zu haben. Ansonsten, für den Spaßfaktor sind die auch fast voll für Anfänger, weil du da einfach viel Spaß mithaben kannst. Ja. Ja, kann ich so unterstreichen. Auf jeden Fall. Was, was, was ich noch sagen würde, oder was, was für mich auch immer so ein Faktor bei Skaven ist, das ist eine Armee, wo du richtig gerne und richtig schnell Mathe machen kannst, so, ne? Also, ah, also, was man da rechnen muss, ist halt Wahnsinn, weil halt alles irgendwie auch ineinander greift bei denen. Und, ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, würde ich mich komplett anschließen, was du meintest. Ähm, die aktuellen Top-Listen, wie gesagt, Skaven stand jetzt. Äh, wichtig noch zu erwähnen, das haben wir eben nicht gemacht. Wir nehmen am 13. Februar auf, das heißt, zwei Tage vor dem, vor dem Battle-Scroll-Update. Vielleicht ist alles schon nichtig. Ja, wahrscheinlich. Ich glaub's es nicht, bis ich's sehe. Also, man munkelt zwei Tage vorher, ich, ich seh's noch nicht kommen, aber gucken wir. Ja, ja, ich bin vorsichtig optimistisch, du darfst mich dann auslachen am Donnerstag. Ähm, ähm, stand jetzt ist es halt wirklich so, dass Skaven alles zerstören, wenn du ein guter Spieler bist, und wirklich dieses, dieses Phasing zwischen, also auch die Sub-Phases und so, absolut gut spielen kannst. Ähm, oder fehlerfrei spielen kannst, sagen wir es so. Und, ähm, ich glaube, die Armee wird sehr schnell bestrafen, wenn du das nicht kannst. Ja, ganz genau. Also, man mag mich korrigieren, wenn ich das jetzt sage, aber ich glaube, Skaven ist so eine Armee, wo du erst mal 30 Mal verlierst, bevor du den Dreh raus hast. Ja, so ungefähr war das bei mir auf jeden Fall auch. Ich hab die ersten Zielspiele mit denen einfach verloren, weil ich dachte, okay, wow, ich geh doch nach vorne und kämpfe. Und, ja, hab aber einfach alles falsch eingesetzt. Und das, äh, musste man dann erst lernen. Ich hab mir dann halt auch diverse Podcasts angehört zu Skaven tatsächlich, ähm, weil ich einfach nicht hintergestiegen bin, ehrlich gesagt. Und dann hab ich so, da hat es mal klick gemacht, das, ah, jetzt macht's Sinn, so muss ich das machen. Und dann hab ich damit probiert und dann hab ich gesagt, ah ja, so funktioniert das. Und die, äh, mit denen war ich auch auf einigen Turnieren schon relativ erfolgreich. Ja. Und die machen ja auch Spaß. Du warst bis vor kurzem, äh, der beste Skaven-Spieler Deutschlands nach Statistik der Age of Sigmar Liga. Ja, schön. Ja, und dann hab ich gesagt, oh, jetzt spielen so viele Leute Skaven, jetzt will ich nicht mehr Skaven spielen. Ja, genau, dann haben alle anderen auch Skaven gespielt und dann sind die vorbeigezogen. Ja, das ist halt, da bin ich halt wirklich, dass ich sage, ey, sobald das alle anfangen, eine Armee zu spielen und ich die auch habe, dann spiel ich die nicht mehr. Weil ich hab keinen Bock auf diese blöden Mirror-Matches, ey. Das ist mir einfach so doof. Ja. Ja, verstehe ich. Deswegen spiel ich jetzt das Laden, spielt nämlich gar nicht mehr so viele. Das stimmt, ja. Ähm, aber tatsächlich, glaube ich, hast du drei oder vier Monate, warst du derjenige, der die Skaven-Statistik oben gehalten hat. Na schön, das ist doch gut. Ja. Das ist, das würde ich doch gerne. Ja. Aber ich finde es auch schön, dass jetzt so viele spielen, weil die wurden viel zu lange links liegen gelassen und jetzt haben sie endlich mal wieder, die gehörnte Ratte mal wieder ein bisschen. Ja, Hauptsache Chaos. Genau, Hauptsache Chaos, so sieht es aus. Ja. Okay, dann haben wir so viel zum Spielschwierigkeitsgrad gesagt. Wie ist es denn beim Malen? Also ich persönlich würde sagen, Malen finde ich eher, die sind nicht schwer. Nö. Aber du musst halt wirklich Geduld haben, weil das sind super viele Modelle in der Regel. Also je nachdem natürlich, wie du die Liste aufbaust, aber, ähm, ich sag, beim Schnitt mindestens, äh, 40 Clan-Raten hast du dabei. Wahrscheinlich. Also zwei, zwei Zwanziger-Trupps, ne? Ja. Ähm, also, ja, stimmt, also die Bemalung per se ist nicht schwer bei denen, aber du hast halt wirklich immer im Normalfall wirklich viele Modelle und das ist halt so ein bisschen, was einen so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen kann. Und man muss immer noch sagen, einige Modelle sind halt immer noch aus, sind teilweise älter als ich, ne? Äh, ist das so? Ich glaube, ja, also ich sag mal, die Giftwind-Krieger sind noch Zinn. In einzelnen Blistern. Ja. Ähm, und da gibt's noch einige andere, die auf jeden Fall sehr alt sind, also, ähm, die brauchen definitiv ein Refresh, was die, was die, was die Model-Range angeht. Das macht halt das Ganze noch ein bisschen so, ich sag, naja, die haben schon einige schöne neue Modelle durch die, durch die, ähm, wie heißt das, ähm, Warcry-Banden und was es da alles gibt, haben die schon ein paar schöne neue Modelle bekommen, wo ich sage, ja, das noch für den Rest der Armee und dann sind die wieder auch vom Bemalen her mit vielen neuen, ähm, Details drinne und mit schönen Posen und nicht die alten Fantasy-Posen, dass die alle auf die Square-Base passen. Ja. Ja, ähm, das ist dann so, da merkt man so den Unterschied halt so ein bisschen, ne? Und das ist bei Bemalen auch so, wenn man die neuen Sachen gewohnt ist, wenn ich das überlege, stell mal vor, du gehst vorhin, du hast grad Cities of Sigma bemalt, du sagst, ach, jetzt möchte ich noch Chaos bemalen, ach, nämlich Skaven. Das ist denn, glaube ich, ein ziemlicher Rückschritt, glaube ich, dass du denkst, was ist das denn bitte? Mhm. Ich hab das festgestellt, als ich, äh, letztens die, äh, Iron Guts bemalt habe von den Ogern. Mhm. Äh, wenn du, wenn du vorher, ähm, die, was hatte ich da bemalt? Das war mein letzter Armee, ich, das ist so wild, äh, mein Gehirn ist kaputt seit der Versortphase. Wie, ähm, die Seraphon? Nee, was hab ich denn jetzt? Soulblights! Soulblights. Oh Gott, ähm, ja, die Soulblights bemalt habe, hab ich dann noch die, die, die Iron Guts bemalt von Ogern und ich hab gedacht, mein Gott, sehen die hässlich aus. Weil da sind ja überhaupt keine Details dran. Ja, eben, ganz genau. Und das heißt, ich bin Skaven genauso bei den, ähm, bei den meisten Modellen. Nicht bei allen, aber bei den meisten Modellen hast du halt genau das gleiche Problem. Ja. Würdest du aktuell noch, weil, ne, so ein bisschen Gossip rein, würdest du aktuell noch Skaven-Modelle kaufen in der Aussicht, dass sehr wahrscheinlich in zwei, drei Monaten die neuen angekündigt werden? Nein, es ist auch einer der Gründe, warum ich momentan Skaven nicht mehr spiele, also abgesehen davon, dass jetzt alle die spielen. Ähm, ich hab auch einiges auf meiner, ähm, Wish-Kauflist, also auf meiner Wish-List sozusagen, wo ich sage, ach Mensch, die Modelle hätte ich gerne. Ja. Und ich war halt schon kurz davor, die mir von, ähm, anderen Leuten, anderen Anbietern zu holen, weil einfach, äh, aufgrund der Verpackungsgröße bei Skaven, weil die auch noch aus, ähm, wie aus Fantasy sind teilweise, hätte ich mir die halt woanders geholt. Und ich dachte mir dann aber so, hm, die sollen ja eventuell wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich bald, ähm, neu rauskommen mit, ähm, der vierten Edition und bleibe deshalb noch so, dass ich sage, okay, ich warte mal ab, ob die ein Model, ähm, oder einen Range-Refresh kriegen und wenn ja, wie die, ähm, Modelle aussehen und wie teuer die dann auch sind, ne, weil GW ist ja auch dann ganz schön angestiegen mit den Preisen, das ist auch einer der Gründe, warum ich da leider ein bisschen Abstand nehmen musste von GW direkt, weil ich kann sagen, das kann, möchte ich mir nicht leisten. Ja. Und ansonsten würde ich halt alle, die jetzt direkt sagen, sie möchten direkt bei GW kaufen, äh, schon sagen, wartet vielleicht noch ein bisschen ab. Mhm. Wenn ihr noch so lange warten könnt, bis zu vierten Editionen, die soll ja im Sommer kommen. Es gibt jetzt das Gerücht, äh, das hab ich heute erst gelesen, dass, ähm, Games Workshop-Mitarbeiter sich im ersten Juli-Wochenende keinen Urlaub nehmen dürfen. Mhm. Das heißt, das ist relativ wahrscheinlich. Ich meine nämlich, dass wir letztes Jahr zu der ähnlichen Zeit jetzt, äh, auch so ein Leak hatten, äh, für die 40k-Edition, dass da dann die Age of Sigma-Edition kommt. Ja, und also bis Juli sind das fünf Monate noch, ja, ist lange, ähm, also ich persönlich würde wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt einen neuen Skaven anfangen, lieber warten, was jetzt da kommt. Und, ähm, zumal wir auch nicht wissen. Das sind halt wirklich alte Modelle und wir wissen halt nicht, was jetzt kommt, ne? Einmal das. Was die Regeln angeht. Genau, einmal das. Und zumal wir auch nicht wissen, was GW vielleicht rausschiebt aus der Range. Weil es gibt ja jetzt schon die Berüchte, dass auch, äh, es einen massiven Kahlschlag in der Stormcast-Range geben wird, wie bei den Space Marines. Oh. Ähm, ich bin gespannt, ob die das bei Skaven dann vielleicht auch machen. Bei Skaven haben echt viele Einheiten und echt viele saualte Einheiten. Aber ich wüsste so spontan nicht, welche sie rausnehmen sollten. Sie haben ja schon mal welche rausgestrichen. Ja. Ähm, und ich wüsste tatsächlich momentan nicht, welche sie rausstreichen sollten. Bei den Skaven? Bei den Stormcast fallen mir einige ein. Bei den Stormcast fallen mir auch ein paar Sachen ein. Aber in Skaven fällt mir da tatsächlich nicht so viel ein, weil sie da schon recht viel rausgekürzt haben, finde ich. Mhm. Aber müssen wir dann gucken. Also deswegen, ich würde momentan, deswegen hole ich momentan auch nichts, auch nicht von Drittanbietern, weil ich einfach erstmal mal abwarten will. Was kommt? Was sagen die Regeln denn? Und alles, weil, ähm, ja, ich meine, wenn ich mir jetzt neue Modelle hole, dann werde ich wahrscheinlich bis Juli damit fertig sein, die zu bemalen. Und dann auf einmal heißt es, ja, übrigens, die Rattenoga gibt's gar nicht mehr. Und dann, äh, ja, danke. Ja, ja, genau. Ja, zum Beispiel Rattenoga, das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, ob man das noch haben will. Weil es gibt halt Stormfeans, das sind Rattenogernrüstung mit einer Gatling auf der Faust. Aber da, da, da kommt man dann noch zu. Ich hab ja Listen. Hm. Okay. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, interessant. Gut, soviel zur Bemalung, das war so mehr oder weniger beantwortet, aber ich würde sagen, ja, man muss halt, man muss es mögen, so. Ja, also, weil, sie sind nicht schwer zu bemalen, aber du hast halt Masse zu bemalen und hast teilweise alte Modelle zu bemalen, so. Genau, ja. Ja. Ansonsten, die Stormfeans zum Beispiel sind sehr schön, die sind auch relativ neu vergleichsweise. Die machen schon Spaß. Genau. Die sind vor 2015, hab ich letztens erst gesehen. Hm, aber das geht noch. Genau, das ist eigentlich eine gute Quote, ja. Okay. Dann, du hast es eben schon angedeutet, äh, Listen. Beziehungsweise Matchups. Ich bin gerade überlegen, hab ich letztes Mal mit Jan Matchups vor den Listen gemacht? Ich glaube, nee, wir haben das letztes Mal nach den Listen gemacht und ich fand das gar nicht so schlecht. Ja, das ist ganz gut, dann kann man nämlich gleich Listen vielleicht mit implementieren in die Matchups. Genau. Genau, ich meine nämlich, wir hatten das vorher immer andersrum. Deswegen würde ich jetzt sagen, gehen wir mal in die Listen und ich würde einfach mal mit meiner Liste anfangen, weil wir dann eine Expertise machen können, nehmen können. Nee, ich will einfach Trottel first machen. Genau, und zwar, hab ich die nicht selber geschrieben, ich hab aber eine Liste mitgebracht, über die wir reden sollten. Und das ist, ja, das ist die Liste, die zum Beispiel auch den Smalltown Throwdown gewonnen hat. Okay. Für die, die es interessiert, gegen Maggotkin of Nurgle, gegen Slaves to Darkness, gegen Idunas Diebkin, gegen Haradon Overlords und gegen Loomswight Gids. Ähm, und die hat Armee-Faction Scaventide, wer hätte das gedacht? Eine Grand-Sylogy ist die Arc-Corrupter of the Mortal Realms. Was macht das? Wo ich jetzt hier, ich, Moment, ich hab's gleich. Warte mal, du wirst wahrscheinlich, ähm, einen, ähm, solchen kleinen Helden oder noch einen, ähm, warte, ich guck mal. Ja, ich hab, ich such's ja auch gerade, ich find nämlich, wo habe ich's, wo habe ich's, wo habe ich's, wo habe ich's. Ah, Croft of the Mortal Realms. Ja, ich hab's auch. Ähm, wenn, ähm, wenn, wenn die Schlacht endet, erfüllt man die, äh, Grand-Sylogy, wenn drei oder mehr befreundete Master-Clan oder Klein-Pestilence-Heroes von der, äh, Start-Armee noch auf dem Schlachtfeld stehen. Ja, das ist ziemlich cool. Ja, das ist vor allem relativ easy zu scornen noch. Genau, dann, ja. Muss halt nur zusehen, dass halt die Helden am Leben bleiben, ne? Genau, ähm, als Leader haben wir dabei einmal einen Greysseer mit Horfrost und Death Frenzy. Ähm, kurz zur Info, Death Frenzy, da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Ich will nur einmal die Liste durchgehen. Mhm. Ähm, Death Frenzy heißt Fight on Death, das heißt, wenn irgendeine Ratte stirbt, darf sie nochmal kämpfen, bevor sie umfällt im Nahkampf. Äh, Horfrost, glaube ich, müssen wir nicht mehr erklären. Ähm, dann den zweiten Greysseer mit Merciless Blizzard und Skank. Skitterlieb, Merciless Blizzard, ist halt auch einer von den Primal Frost-Zaubern. Und Skitterlieb sagt, dass wir einen befreundeten Skaven-Helden nehmen dürfen und den vom Schlachtfeld entfernen und neuen Zeugel entfernen vom Gegner wieder hinstellen dürfen. Und er darf höchstens 13 Lebenspunkte haben. Genau. Und er darf höchstens 13 Lebenspunkte haben. Was aber tatsächlich gar nicht so schwierig ist, weil die meisten geilen Helden nur 13 Lebenspunkte haben. Ja, ich wollte schon sagen, du kannst halt damit Thankhole nicht wegteleportieren. Genau, ich wollte gerade sagen, der Einzige, der dadurch meines Wissens nach exkludiert wird, ist halt Thankhole. Hm. Ähm, genau. Dann haben wir den Verminlord Warbringer in der Einheit. Das ist, äh, in general, mit Devious Adversary als Command-Trait. Das ist, wenn ich mich nicht irre, ich hab's hier gerade nochmal auf, die Fähigkeit, dass, wenn er neben einer Clan-Verminus-Einheit steht, also die Kornratten, dann, äh, bekommt er plus 1 zu Hit im Nahkampf. Äh, Moment, ich hab's hier, ich hab's hier, ich hab's hier, ich hab's hier, ich hab's hier. Nee, plus 2 Attacken kriegt er dann. So. Ah. Äh, das will er natürlich auf seinen Schlagring haben, der am Ende fest 5 Schaden macht. Ja. Ähm, als Artefakt hat er den Warpstone-Charme. Der Warpstone-Charme sagt, äh, dass er, also, dass, ähm, äh, feindliche Helden oder feindliche Einheiten innerhalb von 3 Zoll um den Träger minus 1 auf ihren Schutzwurf kriegen. Das ist eine sehr seltene Fähigkeit, meiner Meinung nach. Ja, und, äh, zum Start der Heldenphase wirft man einen Würfel und bei einer 1 bekommt er D3-tödliche Wunden, wenn er dieses Artefakt dreht. Ja, gut. Du hast ja einen 5er Rettung, passt jetzt schon. Genau, eine 5er Rettung und vor allem, er ist halt einfach dieser Torpedo-Held, ne, den wir haben wollen. Eben. Ähm. Genau, als Spells, der ist auch ein Magier, ähm, hat er die Flaming Weapon dabei, damit sein Schlagring von Damage 5 auf Damage 6 hochgeht. Und Levitate, das heißt, er kann fliegen. Ähm, dann haben wir Skabic Plague Seer, das ist, ähm, der Clan Pestilence-Held von der Warhammer Underworlds Warband. Mhm. Ähm, logischerweise dann auch mit, äh, Skabics Plague Pack dabei. Äh, dann ein Plague Priest mit Rabbit Rabbit. Ähm, das geht hier nicht um Hasen. Ich finde, Rabbit Rabbit klingt dann auch ein bisschen wie so eine Kröte. Rabbit Rabbit. Ja, 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 genau. Ähm, ich finde das mega witzig. Äh, und Rabbit Rabbit macht, wenn ich mich nicht irre, dass man das Artefakt des gegnerischen Helden zerstören kann, wenn der Zauber durchgeht. Das Gebet, meinst du? Äh. Wie, das Gebet? Rabbit Rabbit ist ein Gebet, ne, oder? Äh, ist ein Gebet, Entschuldigung, ja. Ja. Oha. Ne, genau, ne, das, was ich meine, ist Filz-Filz. Ähm, sondern, äh, Rabbit Rabbit hat ein Casting-Value von 3 und wenn das, äh, beantwortet wird, dann wählt man einem Freund eine kleine Pestilence-Einheit und, äh, die bekommt plus 1 auf die Attacke bis zur nächsten Euro-Phase. Und welches Ziel bietet sich da besser an als die Plague-Sensor-Bearers? Äh. Was da rauskommt, ist halt ekelhaft, ne? Aber Filz-Filz macht auch nur ein Plus-1-Vertelverwohnungswürfen, ne? Äh, oder war es ein Zauber, den ich meine? Ist ja auch wurscht. Ist auch wurscht, genau. Die Plague-Sensor-Bearer, also die, die PCBs, werden ja auch gerne mal genannt werden. PCB, geil, ja. Im Englischen sitzen immer die PCBs tatsächlich, das ist einfach kurz gesagt. Und, äh, jeder Skaven-Spieler und Skaven-Gener, der da auch ein bisschen so die posttraumatische Belastungsstörung hat, kennt die auch. Ja. Ähm. Genau. Ähm, dann haben wir einen Plague-Priest, also den hatte ich ja gerade, den Plague-Priest. Dann haben wir einen Plague-Priest und Plague-Furnace dabei. Die hat Curse einfach, um andere Priester zu bestrafen, weil sie anwesend sind. Ähm. Die Funktion von dieser Furnace müssen wir gleich mal ein bisschen drüber sprechen, die ist nämlich sehr interessant. Ganz kurz, was meinst du mit Curse, um andere Priester zu bestrafen? Ah, nee, das war Smite, was war Curse nochmal? Curse war, ähm, Zoll, 9 Zoll Reichweite, jede 6 beim Treffen macht eine tödliche Extra. Ah, das war das, genau, nee, ich hab das gerade mit Smite verwechselt, ja. Ja, 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 das ist halt auch Plague-Sensor-Bearers, ne? Ein Attack-On-Drop, boom, Curse-Trop. Du machst das ja nicht auf deine, du suchst ja eine genische Einheit aus innerhalb von 9 Zoll. Ja, 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 schon klar. Jede Nahkampf-Attacke, die die trifft, ähm, macht halt mit auf einer 6 eine tödliche Extra, das ist halt super geil. Ja, ja, aber das passt halt natürlich auch. Ja, ja, aber das passt halt auch anderen, ne? Ja, eben. Genau. Ähm, genau, da hatte ich schon angesprochen, Plague-Sensor-Bearers, 2x10, weil die einfach ein Output aus der Hölle haben. Ähm, und 3x20 Clan-Ratten, als Green für unsere Armee, äh, als Behemoth, die Helphead-Abomination, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass die wahrscheinlich inzwischen in jeder Skaven-Liste ist, weil sie für 180 Punkte echt billig ist. Ja. Für das, was da rauskommt. Ähm, als Endless-Spell gegen Anti-Horde ist eine Suffocating Grave-Tide dabei. Was, ganz kurz, was hast du gerade zu den Clan-Ratten gesagt? Wie viel waren? 3x20. 3x20 Clan-Ratten, okay. Ja. Ähm, genau, die Grave-Tide, ne? Für die, die es nicht wissen, äh, man wählt, oder die Einheiten, über die der Zauber geflogen ist, äh, wirft man so viele Würfel, wie in der Einheit drin sind, und auf die 5+, gibt's eine tödliche Wunde. Ja. Ähm, und dann halt, als Einheit unten noch das Gavix-Playback-Pack hatte ich schon da beleutert. Und als Core-Batterien haben wir einmal einen Torian Acolytes dabei, damit er einen zusätzlichen Primal Dice oder einen Zauber kriegt. Oder einen CP, glaub ich. Ne, das kriegt man sowieso, ne, das ist nur für den Primal Dice, genau. Der Torian Acolytes ist für den, für den, für den Primal Dice, genau. Genau. Äh, dann ein Battle-Regiment und ein Warlord-Batterien, wofür er ein zusätzliches Artefakt genommen hat. So. Und, warte mal, du hast gesagt, ein zusätzliches Artefakt genommen hat, aber der eine, der eine, ähm, ähm, Wermelot hatte doch zwei Zauber ausgewählt, oder hast du gesagt, der hat Flaming Weapon und... Äh, nee, der hat einen Zauber gekriegt. Richtig, der hat einen Zauber gekriegt. Deswegen war er kurz verwirrt. Ich hab auch grad überlegt, wo das zweite Artefakt war, aber nee, stimmt, das ist ein Zauber hier. Mhm, deswegen. Also Levitate ist auch, ähm, unglaublich genial, muss ich sagen, weil, ähm, eine fliegende Ratte, wenn der dann, den kannst du natürlich wie ein Torpedo reinschicken, ne, dann musst du den nicht unbedingt, ähm, teleportieren, sondern kannst sagen, okay, den schickst du einfach da, ähm, geht es dir rein. Es ist halt so ein Failsafe, ne, also wenn, wenn der Gegner aus irgendwelchen Gründen, oder dein, ne, man kennt es ja, Doppel-Eins, wenn irgendwie dein Teleport nicht funktioniert, kannst du halt damit trotzdem die lange Bewegung machen. Also hoffentlich, also der hat ja eine Bewegung von 12, glaub ich, und dann noch ein Charge, ja, also die Sache ist halt immer, es klingt immer cool, das Problem ist halt, du hast noch eine riesengroße Base, das heißt, selbst wenn du über so eine Einheit rüberkommst, musst du halt zusehen, dass du wirklich komplett rüberkommst mit dieser großen Base, ne? Das stimmt, ja. Ne, also hatte ich auch schon oft gedacht, da hast du gesagt, na gut, mach ich da, ähm, Levitate drauf, und dann hatte ich einen 12er Charge gewürfelt, aber der Gegner hat sich tatsächlich so gut gestellt, dass ich da, äh, nicht rüberkam, denn, weil ich dann irgendwie schon lieb wäre. Also ja, aber ist, ja, ist ein Failsafe so ein bisschen. Ähm, was wir noch dazu sagen müssen, ähm, ganz kurz, bevor wir weiter auf die Liste eingehen, vielleicht kurz mal die Kampfeigenschaften von den Skaven haben wir, sollten wir vielleicht nochmal kurz, ähm, erörtern, weil die sind recht, die sind recht wichtig. Ja. Gerade auch für die Listen, weil, ähm, in meinen Augen somit die wichtigste Kampfeigenschaft ist halt tatsächlich die vom Masterclan. Ja. Oder, gut, erstmal gibt's ja von, erstmal auch so diese typischen für alle Skaven, egal von den Clans, du hast einmal von hinten anführend, das heißt, du kriegst, ähm, im Prinzip Lookouts für auch im Nahkampf. Ja. Und, ähm, dann ist auch, was ich persönlich sehr cool finde, was, äh, die Gegner immer auf dem falschen Fuß erwischt, dass du mit einem befreundeten Skaven-Helden, der keinen Reitier hat, im Nahkampf sagen kannst, oh nö, also wenn du ihn aktivierst, dass du sagst, nö, ich ziehe mich jetzt wieder zurück. Ja. Das kannst du halt auch mit einem großen Wormelord machen. Ja. Wenn der gecharged wird und der Gegner sagt, okay, cool, ich, ähm, hab dich gecharged, ich greife aber erstmal nochmal drüber an, dann sagst du, gut, geil, danke, aktivierst deine Wormelord, sagst, und, tschüss, ich bin weg. Ja. Und, ja, ansonsten macht durch, machst du, dass du halt plus ein, ähm, zur Reichweite kriegst pro 10 Modelle, wird es zu einem höchsten Wert von 3 Zoll insgesamt. Eine Fähigkeit, um die, die es gaben, als der Battleturm rauskam, übrigens, ich seh's hier gerade, im September 21, holy shit, ist das lange her, ähm, um die die Armee sehr beneidet wurde. Äh, inzwischen gibt es ja mehr Regeln, die das erlauben, aber zu dem Zeitpunkt war das absolut unik, und, ähm, das ist echt, echt gut. Auch jetzt noch. Es hat auch erstmal zu Diskussionen geführt, tatsächlich, weil ich nicht sicher war, ähm, da steht zwar im Klammern bis zu einem Maximum von 3 Zoll, war aber nicht sicher, meint jetzt, dass du maximal eine 3 Zoll Waffenreichweite haben kannst, oder dass die Waffenreichweite um 3 Zoll maximal erweitert werden darf? Äh, ich würde sagen, 3 Zoll. Nee, nee, tatsächlich, nein. Ach, echt? Maximal 3 Zoll. Ach, da kann doch gehen wie, keine Ahnung, von dem Eigenspielsystem. Ja, das war ein Riesending, das war ein Riesending, dass die Leute gesagt haben, naja, was denn jetzt, plus 3 Zoll, oder, oder... Auf 3, ja. Auf 3 Zoll. Ne, aber ja, auf 3. Ist ja doof. Ähm, Masterclan ist halt, deswegen ist es für mich so wichtig, ähm, aus folgendem Grund, weil bei den meisten Clans hast du das so, dass wenn du ein von Clan-Helden hast, dann kriegst du halt eine bestimmte, ähm, einen bestimmten Bonus. Mhm. Und dann gibt's noch einen extra Bonus, wenn du drei Masterclan, äh, wenn du drei Helden dabei hast. Ich sag bei allen, bei den meisten, weil es gibt ein Clan auf jeden Fall, wo es nicht der Fall ist. Ähm, und bei Masterclan ist halt so, ähm, ich sag jetzt immer das Wichtige, ist halt, wenn du drei Masterclan-Helden hast, deswegen siehst du, oder seht ihr die meisten Skavenlisten, wenn Masterclan dabei ist, dass immer drei Masterclan-Helden dabei sind meistens. Bei... Der Gracie in der Regel, ne? Der Gracie und, ähm, Thankowl ist Masterclan. Stimmt. Und Screech Verminking ist auch Masterclan. Mhm. Ähm, und ich glaub, der eine Zauberer, ich glaub, der Zauberer von den Vermilords ist, glaub ich, auch Masterclan. Die Sache ist sie, wenn du nämlich drei, drei Masterclan-Helden dabei hast, dann hast du nämlich diese schöne Fähigkeit, dass zum einen, wenn du das erste Mal in einer Phase eine befreundete Einheit gewählt hast, die rennen soll, und du für jeden einen einen Rennwurf ausgeführt hast, kannst du diesen, kannst du diesen Wurf für alle anderen deinen Skaven auch nutzen. Mhm. Das ist schon mal cool. Wichtig dabei ist aber, Leute, ähm, wenn dir sagt, hier, ich lass dich automatisch mit sechs rennen, ist das kein Rennwurf. Nee. Du hör mal so gesagt. Das ist der Modifikator, genau. Ja, das steht ja sogar da drin, ähm, das heißt, wie heißt das, ähm, wie heißt nochmal da, die Fähigkeit, also die Befehlsfähigkeit, da steht, da steht jedenfalls da drin, dass du nicht würfelst, sondern einfach sagst, äh, die bewegen sich selbst voll extra. Wie heißt das, man sagt immer Autorennen. Ja, ja, ähm, ist das All-Lot-Attack, nee, nicht All-Lot-Attack, ähm, ich sag immer, äh, 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 ne, wie heißt das, äh, March, March-Forward. Ja, ob wir so, jedenfalls ist das kein Rennwurf, sondern du sagst einfach, die kriegen sechs Zoll zu ihrer Bewegung dazu. Mhm. So, dann, ähm, das ist schon mal ganz nett, aber was eigentlich mit am wichtigsten, finde ich immer, oder zwei, die nächsten beiden sind viel wichtiger, und zwar, bei der, beim Charge-Move hast du das gleiche auch, wenn du das erste Mal mit einer Einheit sagst, die soll chargen, kannst du diesen Charge-Wurf für alle anderen auch nehmen. Und das ist halt deshalb so wichtig, weil du dann halt, ähm, wenn du mit einer den neuen Zoll Charge schaffst, kannst du mit allen anderen Einheiten den neuen Zoll Charge, der halt oft bei uns gelben vorkommt, auch schaffen. Ja. Und das ist halt richtig bitter, ne, für den Gegner. Ja. Und wenn der sagt, oh Mist, einer schafft's, dann schaffen's die anderen auch. Ja. Und, ähm, das Nächste, was ich auch sehr cool finde, ist, sobald du mit einer Einheit das erste Mal, ähm, peilst, kannst du mit allen anderen Einheiten, die, äh, peilen können, auch peilen. Das hält nicht dafür ab, später nochmal zu peilen. Ja. Ist das so? Das ist so. Oh. Ja. Steht sogar da unten in den Anmerkungen der Designer. Diese Fähigkeit hindert die eine Einheit nicht daran, erneut eine Nachbewegung auszuführen, wenn sie zum Kämpfen gewählt wird. Das heißt, eine Einheit kann dann drei Zoll und die anderen alle können sechs Zoll, effektiv. Das ist natürlich auch so. Das ist ja geil, ja. Also du hast eine unglaubliche Reichweite dadurch und, ähm, das sind halt so die Sachen, ähm, was ich auch meine, dass du den Zufall so gering wie möglich hältst. Sagen wir mal, du hast, ähm, drei wichtige Einheiten, die einen neun Zoll Scharf schaffen sollen. Dann nimmst du natürlich die Einheit, wo du den Wurf wiederholen kannst. Das heißt, weil es ein Held ist oder eine mit einem Kommando drin ist. Das heißt, du hast einen neun Zoll Scharf, hast du, was für eine Wahrscheinlichkeit hast du beim neun Zoll? 45 Prozent oder was? 45, ja. 45 Prozent. Wenn du den aber wiederholen kannst, stehst du auf einmal bei, ich glaube, so 65 Prozent in den Dreh. Ne, sogar noch ein bisschen mehr. Oder vielleicht sogar 75, ja. 72 oder so, ja. Ich weiß, es sind Wahrscheinlichkeiten. Beim Würfelspiel bin ich kein großer Fan von, weil die reelle Wahrscheinlichkeit ist für mich immer 50-50. Oder leicht runter. Ja, du, es ist einfach, also, ob ich jetzt die reelle Wahrscheinlichkeit ist, ist eine ganz andere. Aber trotzdem ist auch das was, womit der Gegner rechnen muss. Ja, auf jeden Fall. Man erklärt dann dem Gegner vorher die Fähigkeiten als Fairplay. Und das heißt, die wissen, dass du das machen kannst. Und dann stehen die da und sagen, Mist, können die mit ihren Einheiten so viel screenen, wie sie screenen müssten? Schaffen sie das? Das dinget. Du kannst mit einem Zauber teleportieren, du hast deine Nagelöcher, mit denen du teleportieren kannst. Du hast Möglichkeiten. Das Ding, glaube ich, bei Skaven ist auch, selbst wenn du deinem Gegner vorher erzählst, was deine Armee kann. Du musst ja diese drei Fähigkeiten nehmen. Du musst die drei Standarddinger nehmen. Your lead from the front und sowas. Äh, from the back. Genau. Du musst jeden Clan erklären. Deine Artefakte, deine Zauber, deine Gebete, deine Warlord-Trades. Und das, glaube ich, ist so ein Ding, wo, selbst wenn du das machst, der Gegner muss sich die überhaupt, äh, muss sich die überhaupt, äh, muss sich die überhaupt erstmal alle aufnehmen, speichern und abrufen können im Spiel. Ja. Und, ähm, also, das, ich spiele wirklich viel gegen Skaven, das wusste ich auch nicht. Und das ist halt unglaublich cool. Also, du hast, ähm, sehr viele Möglichkeiten. Ansonsten, was noch erwähnenswert ist, Scrier-Clan haben halt ihre Warp-Schen-Funken, die sie schlucken können, womit sie, ähm, was meistens der Fall sein wird, ähm, dass sie den Schadenswert von Scrier-Einheiten, ähm, um eins erhöhen. Ja. Was wirklich sehr hart wehtun kann. Mhm. Ähm, also, ich hab vorhin gesagt, ähm, musst du eigentlich immer drei haben, nur ein Clan hat es nicht, eigentlich sehe ich gerade, der Scrier-Clan hat es nicht. Scrier-Clan? Scrier-Clan brauchst du keine drei. Stimmt, ja, das ist nicht. Brauchst du auch nur den einen. Scrier-Clan hat drei, Verminus hat auch nochmal eine extra Sache mit rein. Seuchen-Clan. Pestilence hat es, glaube ich, nicht. Hat auch nicht, hat auch nur mit einem. Ja. Aber was ich viel lustiger finde, ähm, und zwar, wo ist denn das jetzt? Genau, Züchter-Clan. Das ist Mulder, ne? Genau, die haben zum Beispiel zwar auch eine extra Sache mit drei, aber, ähm, wo haben wir das? Man darf halt eine, eine Hellpid Abomination wählen. Pass auf, genau, das ist das Lustige. Du brauchst nämlich für die Hellpid keinen Züchter-Clan-Helden, damit die die Mutation kriegt. Ja. Und das find ich so lustig da. Du kannst einfach wirklich sagen, okay, die, ähm, Hellpid nimmst du mit und die kriegt halt eine Mutation. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten, wie du die ausrüsten kannst mit, je nachdem, wie du, ähm, die ausrüsten willst. Aber du brauchst nicht zwangsweise einen, ähm, Züchter-Clan-Helden. Nö, aber es macht halt, also, Züchter-Clan ist, glaube ich, nur, wie heißen die denn gleich? Master Mulder oder irgendwie so? Ja, Mulder und Master Mulder, also, ähm, Master Mulder, genau. Ja, genau. Ähm, kann man machen, aber muss man halt nicht, ne? Die bringen die halt nicht alle einzeln. Ja, nur, dass du dir eine zweite Dingens gibst, aber dann wird die halt jämmerlich erschossen oder so und dann hast du halt drei Dudes da rumstehen, ne? Ähm, also, du darfst ja eine zweite, ähm, äh, eine zweite Mutation nehmen auf die Hellpid, wenn du drei davon mit hast. Äh, nee, wenn du drei davon mit hast, dann kannst du jeder Hellpid einer Mutation geben. Eine Each Hellpid, ja, stimmt, genau, nee, dann hab ich's grad falsch gelesen. Äh, aber wenn du eh noch eine dabei hast. Ja, und ein einzelner, ähm, ähm, von denen bringt dir halt auch nichts für die Hellpid, weil die sind halt gut für die, ähm, Oga und alles, da finden sie die gut, aber für die Hellpid bringt dir so ein Master-Clan-Typ einfach gar nichts. Ja, ja, ja. Ähm, Master-Clan, so ein Master-Mulder, gar nichts. Ja, ja. Aber, ja, das war nur so ein ganz kurzer Ausflug, mal kurz, ähm, dahin. Also, du hast halt bei den solchen Clans, hast du halt die großen Seuchen, die du halt damit hast, aber, ähm. Ja. Ja, genau. Ganz kurze Frage zu deiner Liste nochmal. Du hattest ja diese, ähm, 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 was sind das, Warcry-Band da drin? Ja. War das die, die verhindert, dass der Gegner, ähm, die Punkte kontrolliert? Äh, ja, das müsste die sein. Ich gucke gerade nochmal nach, weil ich hab mir nämlich die anderen auch angeguckt und war von eigentlich fast allen begeistert. Sekunde, ich mach sie gerade nochmal auf. Ja, ich bin ja persönlich nicht so der, ähm, Warcry-Banden-Nutzer mittlerweile mehr. Das sagt Abi auch immer. Die sind zwar irgendwie cool, aber irgendwie überzeugen die mich oft nicht so. Ich hab ja auch hier bei Save the Dark, die das Blinder-Tfängen und alles, hab ich mir alles geholt. Ja. Aber sie haben mich in meinen Spielen irgendwie nicht so richtig überzeugt. Ich hab das Gefühl, gerade auch so bei Save the Dark, musst du die halt absolut cheesy benutzen, dass du enorm viele davon mitnutzst, damit die, äh, und dann tun die halt richtig weh. Und bei Scaven fand ich jetzt die, die du jetzt dabei hast, wenn's die sind. Die find ich halt schon echt cool. Ähm, hab ich auch schon bei Nurgle gesehen als Alliierte. Genau. Also, das sind die. Ähm, du hast zwei Fähigkeiten essentiell. Mhm. Ähm, einmal hast du die Giftmesser, äh, mit denen die ausgerüstet sind. Die Giftmesser machen, haben keine normale Attackensequenz, die haben einfach vier Attacken. Äh, nee, Entschuldigung, die haben, äh, drei Attacken. Und wenn die treffen, dann machen die, auf die vier Plus machen die Mortal Rounds, D3. Ähm, und die haben diese Ruined Supremacy. Das heißt, äh, während diese Einheit ein Befouled Objective contestiert, also contestiert, ah, äh, contestet, dann, äh, kann der Gegner das nicht, nicht contesten. Ähm, Befoult sind sie, wann die ist wann? Genau, das ist, äh, die Fähigkeit von dem Scribic, äh, Plague Seeker. Und die sind, äh, Befouled, das ist ein Gebet und hat ein Answer-Value von drei und eine Reichweite von 13. Und dann wählt man einen Schlacht, einen, äh, Objective-Marker auf dem Schlachtfeld. Und das zählt dann als Befouled. Und, äh, man wirft dann für jedes Befreundete, oder für jede Befreundete, unfeindliche Einheit auf den Missions-Team-Markern Würfel. Und auf 4+, äh, gibt's, äh, D3-tödliche Wunden on top. Ja, das ist schon ziemlich cool. Also, die muss ich auch sagen, die gefallen mir so wirklich sehr gut. Für 140 Punkte ist das echt nett. Die machen viele Movos. Ja, du, nicht mal die Movos sind wieder interessant. Ich find einfach die Möglichkeit zu sagen, wenn du die gut stellst, dann sagst du so, ich, äh, das Objective ist jetzt hier, äh, verseucht. Und, ähm, du kannst es nicht mehr einnehmen, egal mit was du, mit was für dicken Typen du da draufstehst. Ja, vor allem, du kannst jede Runde es wieder neu setzen, ne? Ja, eben. Also, du kannst damit unglaublich den Gegner, ähm, an den Punkten stören. Ja. Willst du eine 140-Punkte-Einheit? Ja. Wobei bei den Punkten sind, ähm, meiner Meinung nach, beste Zauberer im ganzen Spiel ist der Gracie, ja. 120 Punkte. Ja. Der hat die Möglichkeit, äh, einmal pro, ähm, Heldenphase, ähm, einen Zauber mit drei Würfeln zu wirken, denn du suchst dir die besten zwei aus, außer bei deinem 13 ist ja automatisch gewirkt, aber, und kann nicht gebannt werden, aber du kriegst auch Movos. Ja. Ähm, das ist ein unglaublich starker Zauberer einfach. Und der kann zwei Zauber sprechen, für 120 Punkte. Ja, muss ich auch sagen. Also, ich lieb den, ich hab, ich hab bei mir, ähm, in meiner Turnierliste immer drei von denen dabei gehabt. Ja, ich weiß. Und einer hat halt, einer hat ja immer hier, ähm, den, ähm, den, ähm, Mössi des Blizzard bekommen, weil wenn dir den 120-Punkte-Zauberer wegfetzt, ist mir das egal, wenn er dafür ordentlich, ähm, tödliche macht. Ja, vor allem, und die 13, ne? Sollte die kommen, dann kann der Gegner nichts machen, um den zu verhindern. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Also, den find ich schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Der ist super. Der ist auch so, so, so ein Must-Pick. Und, ja, du hast ja zehn Plague-Sensor-Barrows dabei. Zweimal zehn. Zweimal zehn. I get the fuck. Zweimal zehn davon, genau. Aber ansonsten kommt mir die relativ immobil vor, die Liste. Die ist verhältnismäßig immobil, wir haben aber hier zwei Tech-Pieces drin. Ja. Äh, einmal eben die Plague-Sensor-Barrows, die wir irgendwo reinwerfen und, äh, mit Deathfrenzy, äh, hochbuffen können, dass selbst, wenn sie im Nahkampf sterben, noch zuschlagen. Und du willst nicht, dass die zuschlagen, weil die nehmen dir das relativ safe deine Einheit raus. Ja, relativ safe, ja, stimmt. Ähm, wir haben dann, wie gesagt, den Scabic mit drin, ähm, der eben Objectives zerstört, beziehungsweise verseucht und, ganz wichtig, wir haben den Plague-Priest und Plague-Furnace dabei. Ja, der ist auch ziemlich gut. Genau. Die besondere Fähigkeit. Lass uns mal die Plague-Furnace zuerst nehmen. Mhm. Ähm, die hat ja eine ganz besondere Fähigkeit und zwar eine, die hatte ich bis zum, ähm, zur AOS-Weltmeisterschaft von Games Workshop überhaupt nicht auf dem Schirm. Und zwar eine Fähigkeit, sobald dieses Modell einen gewissen Anzahl, einen gewissen, äh, 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 Schadenswert erreicht hat. Ich meine, es waren sieben Wunden, äh, erlitten. Oder verbleibend? Ne, erlitten, glaub ich war's. Darf man versuchen, eine Beschwörung durchzuführen und kann eine von den großen Ratten hinstellen, wenn man das schafft. Warte mal, warte mal, warte mal, Plague-Furnace? Sicher? Das ist doch die Glocke, oder nicht? Nein, Plague-Furnace ist nicht die Glocke. Plague-Furnace ist, 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 äh, Screaming Bell ist die Glocke. Ich wollte grad sagen, Moment. Entschuldigung, nee, dann hab ich die falsch eingepackt. Äh, ich meine natürlich Screaming Bell. Ja, okay. Ja, dann ja. Ähm, und soweit die, ähm, ich lese grad nochmal nach, ich meine, es waren sieben Lebenspunkte verloren hatte. Äh... Ja, sieben oder mehr Lebenspunkte. Genau, sieben oder mehr, hier ist es. Genau, ja, ich musste auch grad nochmal suchen. Äh, dann darf man, äh, zwei W6 werfen und, ähm, wenn man eine... Ein, ein W6 darfst du werfen. Ein W6? Mhm. Was war das hier unten mit zwei W6? Das ist, ähm... Achso, ja, nee, das ist was anderes, genau. Ähm, genau, darf man ein W6 werfen, äh, auf eine Eins ist, äh, der, ist das Modell tot. Und, ähm, ansonsten, ähm, wirft man die, oder addiert man die, die Wunden, die das, äh, Modell verloren hat, äh, zu dem D6. Und wenn der modifizierte Wurf zwölf oder weniger ist, dann ist die Glocke tot oder kaputt. Kann nichts mehr machen. Oder, äh, wenn der modifizierte Wurf 13 oder mehr ist, dann darf man einen Verminlord aufs Spielfeld beschwören. Das ist eine geile Fähigkeit, die wurde in letzter Zeit auch sehr abused. Ja, dafür wird man es wahrscheinlich auch bestraft. Ich glaube auch, ähm, dass sie das jetzt, äh, mit dem Wetterscore unterbinden. Ähm, finde ich sehr krass, weil diese Verminlords sind echt stark alle. Also, es gibt so einen, den finde ich nur so mittel, aber alle anderen sind echt, echt gut. Es gibt aber eine Sache, die mich an der, ähm, Glocke stört. Ja. Sie haben mit dem neuen, mit dem neuen Battletorm, haben sie bei der Glocke was rausgenommen und dafür bei der Plaguefurness reingemacht. Ich verstehe es nicht. Und zwar hatte früher die Glocke die Fähigkeit, die jetzt die Plaguefurness hat, und das ist, ähm, Battleshock-Immunität. Ja. Und es macht halt einfach keinen Sinn, dass es die Plaguefurness hat. Wenn es doch eigentlich die Glocke war. Die, äh, die, 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 die Glocke ist immer das Symbol, das Gelb, und diese, diese große Glocke war immer dieses, das Ding, schon immer war das, dass das irgendwie die angetrieben hat. Und auf einmal macht die, die nicht mehr Battleshock-Immun. Ja. Das macht dafür die Plaguefurness, und das ist für mich so, dass ich sage, ja gut, äh, hätte es kein Problem damit gehabt, wenn es beide das hätten, aber dass der der Glocke das wegnehmen hat, hat mir irgendwie keinen Sinn gemacht. Das ist so, wo ich sage, hm. Na, guter Punkt. Guter Punkt. Finde ich nicht schön. Die hat ja dafür jetzt ihre, ihre Glockenschläge quasi, die man würfeln kann, äh, zum Start der Heldenphase, und ich persönlich, ich hab, äh, in letzter Zeit vier Bone Reaper auch gegen die gespielt. Mir ist die vier, Diefening Peels, echt auf die Nüsse gegangen, muss ich sagen. Ähm, weil bis zur nächsten Heldenphase, wenn ein feindlicher, äh, wenn ein feindliches Modell ein Befehl, äh, spricht, während es innerhalb von 13 Zoll um diese, um diese Screaming Bell ist, auf die 5 Plus ist der Command, äh, geht der Command nicht durch. Als, äh, als, äh, als, äh, als Bone, ähm, mein Gott, Bone Reaper, danke, ist das wirklich ätzend, wenn du deine Command nicht, ähm, geben kannst. Ja. Das hat mich super genervt. Ja. Und dann war es einfach mal, dass, äh, dass, dass Katakross einfach mal nicht seinen Command gegeben hat. Mhm. Und, ähm, das fand ich schon ziemlich stark, muss ich sagen. Also, für 220 Punkte ist die echt gut. Seit ihr jetzt auch keine, keine schiebenden Ratten mehr braucht? Das find ich auch sehr schön, dass sie das rausgenommen haben, weil, ähm, das war auch immer so ein Ding, wo ich gesagt hab, was wär denn jetzt gewesen, wenn ich einen Charge ansage und, äh, die schafft den Charge, die ratten dann nicht und dann steht's irgendwann da vorne und kann sich nicht mehr bewegen. Ich find, die Regel war auch sehr gamey irgendwie, ähm, weiß nicht, das fühlte sich nicht richtig an, glaub ich. Oder klang auch nicht richtig. Es war halt noch aus Fantasy-Zeiten, ne? Ja. Aber da hast du halt andere, äh, Shariot-Systeme, wo die einfach von selbst mit ihrer Magie durch die Gegend fahren und, äh, die Scalven sind noch nicht so weit an, nee. Hat nicht gleich gepasst. Ja. Also find ich auch gut, dass sie das rausgenommen haben. Das ist cool, auf jeden Fall, ja. Wie findest du die Mechanik mit dem Beschwören von einem Wormenlord? Weil die, die Chance ist ja, sag ich mal, gar nicht so gering, dass du das schaffst. Und du kannst ja, stand jetzt, pro Glocke, die du mitnimmst, einen davon aufs Feld holen. Auch Screech. Auch Screech, ganz genau, weil es zählt hier das Keyword. Ähm. Ja. Äh, ja, ähm, ist gut, keine Frage. Du musst trotzdem gut abschätzen können, wann du das machst und wie viel Schaden du kriegst vielleicht noch. Weil du brauchst eine 13 am Meer. Das heißt, ab sieben Wunden, also bei sieben Wunden würdest du noch nicht machen, weil da bräuchtest du eine 6. Ansonsten ist die Modell tot. Ja. Die Glocke hat 15 Lebenspunkte. Heißt, ja, wenn du halt gut abschätzen kannst, was für Schaden da noch auf dich zukommt, kannst du natürlich warten, dass du bei 10 bist und dann würfelst und hoffst darauf, dass du eine 3 würfelst, ne? Mhm. Ich persönlich hätte zu viel Schiss. Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich sowas nutzen würde, wirklich bis 13 warten und sagen, so jetzt würfel ich und hab's geschafft. Weil auch bei, oder bis 12 warten, weil auch bei 11 kannst du noch eine 1 würfel und dann ist das Modell einfach weg. Ja. Und das würde mir zu sehr wehtun. Also ich würde halt wirklich immer so lange warten, wie es geht, wenn's möglich ist, weil ansonsten, ich weiß auch, wie teuer ist die Glocke? Die kostet... Ja, ist natürlich ein Spottpreis dafür, dass du nochmal da mit ein 370-Punkte-Modell reinholen kannst, ne? Genau das. Und ich finde, die ist allgemein ein sehr gutes Tech-Piece, weil du hast ein großes Base, womit du halt auch einfach Wege dicht machen kannst, im Zweifel. Ähm, du hast, ähm, eine coole Buff-Mechanik und ja, du wirfst ja pro Glocke so diesen Würfel. Das heißt, wenn du Glück hast, machst du über größere Räume, weil die 4 ist ja, so sag ich mal, der Schnittwert mit 3 zusammen. Ähm, machst du halt über große, in großen Bereichen halt die, ähm, die Befehle auf schwieriger oder eben auf 3, ähm, dann kriegt der Gegner einfach minus 1 to Hit. Ja. Innerhalb von 13 Zoll, was halt auch Geiles. Und, ähm... Ja, so zwei Glocke davor mitnehmen, ne? Und dann, ähm, ein bisschen rumfahren. Ja. Kann man machen, äh, auch 2, äh, Stufe 2 Zauberer, wa? Das ist ein Stufe 2 Zauberer, genau. Ähm, was interessant ist, ist, äh, also ich hab in der Liste hier jetzt, wie gesagt, da hab ich, hab ich mir so ein bisschen abgeguckt. Ähm, das heißt ein bisschen, die hab ich mir abgeguckt, Punkt. Ähm, ich hab auch Listen gesehen, wo schon 4 davon drin sind. Ähm, ja, weil das sind halt auch 8 Zauberer, die da durchgegenfliegen, ne? Ja. Einmal das, genau. Und eben die Chance, dass du auch 4 von den dicken Ratten aufs Feld kriegst. Und ich sag mal, so schwer find ich das gar nicht, weil du kannst dir ja theoretisch mit der Glocke auch den Nahkampf aussuchen. Also du weißt, was ich, du gehst halt in den Trupp. Ja. Saurus-Krieger rein, mit Speer und so, da weißt du, die werden die nicht töten. Und der, aber dein, dein Wurf ist recht wahrscheinlich. Deswegen, also du, man muss halt, äh, sich dann den Fight aussuchen, wo du das machen möchtest und dann kannst du natürlich das schaffen, das ist keine Frage. Genau. Ähm, musst du halt, sind halt immer so, so, so mehrere Faktoren, weil du machst das ja in deiner Heldenphase, ne? Richtig, ja. Ähm, jetzt mal ganz doof gesagt, du chargst irgendwo rein, ähm, und kommst, hast dann dann auch deine 11 Lebenspunkte danach. Und sagst dir, cool, okay, ist bloß blöd, wenn denn der Gegner einen Doppelturn hat. Ja. Oder wenn der Gegner halt vor dir wieder dran ist und du nicht in deiner Heldenphase kommst und dann ist die Glocke halt tot. Das ist richtig, ja. Weil dann wird sie tot gezaubert, wird totgeschossen. Es sind halt so, so Sachen, wo ich sage, ja, natürlich, äh, kannst du trotzdem immer noch ein 370-Punkte-Modell reinholen. Und das funktioniert ja anscheinend auch gut, das wurde ja als oft genug so genutzt. Ja. Ist nur, wie ich es nicht spielen würde, weil ich mir sage, das ist, ich, das tut mir weh. Okay. Da bin ich, da bin ich halt zu vorsichtig, ne? Ja. Ich bin zwar Scaven-Spieler, aber ich bin, äh, recht vorsichtiger Scaven-Spieler. Also, das wäre mir zu riskant. Ja. Was noch dazu kommt, ist natürlich, wenn du so eine Liste spielst, wo du dann mehrere, ähm, Glocken spielst, ist, die Liste ist halt auch einfach sauteuer an Geld, ne? Also, du musst ja vier oder drei oder, selbst wenn es nur zwei sind, du musst ja zwei auch von den großen Ratten haben. Und ich meine, die kosten auch so viel wie die großen, ähm, Centerpiece-Modelle. Nicht ganz, ähm, ich, äh, lass mich lüsen, selbst mal, als ich es gesehen hatte, bei GW waren es, glaube ich, 70 Euro für eine Ratte. Ja, es ist, ja. Vielleicht mittlerweile 90 vielleicht, aber ich sag mal, ein Bloodthirster kostet 130, glaube ich, mittlerweile. Genau, ja. Und so teuer sind die Ratten noch nicht, aber, ähm, ja, trotzdem sind es halt, sagen wir, also gehen wir mal von 80 Euro aus, sind es halt schon mal 160 Euro allein dafür, ne? Genau, das sind keine Punkte in der Liste. Genau, die Glocken, ähm, 160 Euro, 60 Euro, glaube ich, pro Modell, also 120 nochmal, wenn es nur zwei Glocken sind. Also, ja, die ist natürlich punktetechnisch teuer und, ja, wenn du schon sagst, sagen wir mal vier Glocken, ja, dann gehst du mal von vier großen Dämonen noch aus. Also, großen Dämonen aus. Weil sonst macht die Liste halt keinen Sinn, ne? Viel Spaß beim Kaufen. Ja, also, ist ne, ist ne, ähm, interessant, was halt wichtig ist, nochmal, damit wir darauf zurückkommen, ähm, Death Frenzy. Ja, genau. Also, mal ganz kurz vorweg, es gibt immer dieses Rules as Written und Rules as Intended, ne? Also, ähm, geschriebene Regeln und gemeinte Regeln, also sprich Menschenverstand und, ähm, und Wahnsinn. Und Wahnsinn oder, sagen wir mal, ähm, und, ähm, behördlich auf, äh, auf das Geschriebene bestehen, ne? Ja. Ähm, ist ja Wahnsinn im Prinzip. Sagen wir mal so, bei Death Frenzy steht ja drin, das Modell darf kämpfen, ähm, nachdem es getötet wurde. Oder bevor es aus dem Spiel entfernt wird, darf es nochmal, ähm, darf es kämpfen. Genau. Dann gibt's noch einen anderen Zauber, der heißt Dreaded Death Frenzy. Das heißt, das macht, ähm, ein Vermelord kann jetzt, ich glaub der Warbringer war das. Ja. Der wählt W3-Modelle aus. Sprich, er kann auch theoretisch einem Modell dreimal Dreaded Death Frenzy geben. Oder er kann, äh, bis Urlaub stand, hat W3-Verschiedene, ist ja auch wurscht, wenn es W3-Verschiedene sind, dann haben früher vieles gemacht, Death Frenzy auf eine Einheit Clanraten und auf dieselbe Einheit Clanraten nochmal Dreaded Death Frenzy draufgesetzt. Genau. Und haben gesagt, naja, wenn die jetzt sterben, dürfen sie zweimal kämpfen. Was nicht intended sein konnte. Genau, weil es ist auch einfach nicht logisch, weil wenn die Einheit, wenn ein Modell stirbt, dann kämpft es und dann ist es halt entfernt und dann stirbt es ja nicht nochmal. Es ist ja tot, aber die Leute haben gesagt, nee, steht ja so nicht da. Genau. Und Rules as Written zählt halt immer über Rules as Intended, weil wie es intended ist, kann man ja nicht sagen, weil es ist ja wie in allen Schriften, ich weiß nicht, was der Schriftjahr damit wirklich meinte. Richtig. Und das finde ich halt schade manchmal ein bisschen, wo ich sage, Leute, ein bisschen logischer Menschenverstand. Aber GW hat doch mal reagiert, ich weiß nicht, ob es auf meine Mail war oder auf Mails von euch anderen, weil ich weiß ja, ich glaube ja, GW regelmäßig Mails finden, irgendwas komisch ist. Sie haben es wirklich in dem FAQ gesagt, weil da die Frage stand, wenn ich ein Modell Friend Death Frenzy gebe und noch Dreaded Death Frenzy, darfst du dann zweimal kämpfen? Nein. Punkt. Also das heißt, wenn ein Modell stirbt, darfst du nur einmal kämpfen, wenn es eins von diesen beiden Frenzys drauf hat und damit hat sich das Ganze. Macht sich weniger stark, weil es ist immer noch unglaublich stark, weil wenn du wie schon sagst, du willst die Plague Sensorbearers, willst du nicht, dass sie zuschlagen. Oder auch den Wormelord, willst du nicht, dass der zuschlägt. Oder auch die Helpert, willst du nicht, dass sie zuschlägt. Ja, aber kannst du halt nicht verhindern. Genau. Also wenn du halt... Also du hältst den Zauber auf. Ja, entweder das, oder halt du bist irgendwie in einer Mähe, die schießen kann. Also ich weiß nicht, Cities, Karadon oder so. Aber ich sage mal zum Beispiel, als Soulblight siehst du halt alt aus, weil du hast keinen Fernkampf. Aber, das Lustige ist, gehen wir jetzt mal davon aus, ich charge mit meiner Hellpit rein. Die hat Deathrancy drauf. Du machst Abwehrfeuer, sie stirbt dadurch und stirbt auch wirklich, also steht dich nochmal auf und stirbt wirklich. Sie darf trotzdem nochmal kämpfen. Weil sie den Chargebewegungen ja begonnen hat und damit auch beendet quasi. Genau, da steht nämlich nicht, dass es nur durch Nahkampfattacken aktiviert wird. Richtig, ja. Heißt, auch wenn du schon im Nahkampf bist und dann sagt der Gegner, ja gut, dann tötest ich halt in meiner Heldenphase durch den Zauber. Ja, mach doch, ist in Ordnung. Trotzdem kämpfen die dann noch. Richtig, ja. Also das muss man halt auch sagen. Klar kannst du sie halt aus der Erfahrung wegschießen, wenn sie noch nicht im Nahkampf sind, aber sobald sie im Nahkampf sind und den Zauber drauf haben, kämpfen die auch. Ob du willst oder nicht, die kämpfen dann. Und das tut halt weh, ne? Ja. Die Subface-Beschränkung ist halt nicht da, ne? Und das Ruling bei dem Charge, was du angesprochen hast, müsste, wenn ich mich nicht irre, so sein, dass der aktive Spieler ja dann entscheidet, in welcher Reihenfolge bestimmte Dinge passieren. Mhm. Genau. Und dadurch kannst du halt sagen, ja, mein Charge war zuerst vorbei und deswegen darf ich jetzt grad noch zuschlagen. Genau. Was meinst du wegen einem Abwehrfeuer oder was? Genau, wenn du ein Leashar hast. Das ist doch wurscht. Das passiert ja beides gleichzeitig. Naja gut, man könnte, ich kenne so ein paar Leute, die würden dann diskutieren und sagen... Naja gut, aber das steht ja, bei Abwehrfeuer steht ja drin, wenn der Charge beendet wurde. Ja. Das heißt, du bist ja schon im Nahkampf drin. Abwehrfeuer passiert ja nicht in dem Augenblick, wo jemand sagt, ich sag den Charge an. Stimmt, wo du ihn in 6 Zoll erreichst, ne? Sondern sobald du, nicht mal sobald du den Charge beendet hast, da steht nichts, dass du in 6 Zoll erreicht haben musst, sondern du musst den Charge beendet haben und alle innerhalb von 6 Zoll können dann schießen. Ja, genau. Also wenn sie da meckern, wie sie wollen, du hast, da steht drin, wenn der Charge beendet wurde, das heißt, du stehst dort. Ja. Und, was dann auch in Zukunft, wenn da steht, du darfst kämpfen, bevor es entfernt wird, heißt auch, kämpfen heißt immer, du darfst auch peilen. Hm. Ja. Steht denn da drin, dass du aktiviert werden darfst zum Kämpfen? Weil wenn du eine normale Aktivierung wie in einer Fightphase hast, dann darfst du das. Warte. Warte, warte, warte. Robis. Ne, du nicht. Ne, mein Gott. Drei Grays hier und ich tippe mal den Falschen an. Ich gucke hier auch gerade rein. So. Can Fight. Und wenn die aber sagen, Can Fight, dann heißt eigentlich, Fight heißt eigentlich immer, dass du nochmal peilen darfst. Ja. Dann ist das nämlich eine Aktivierung. Genau. Schreibt uns das gerne im Zweifel, falls wir jetzt hier gerade Quatsch erzählen. Schreibt uns das nochmal in die Kommentare. Ich bin auch der Meinung, ich hätte mal irgendwo in die FAQ gelesen, wo mal die Frage war, wenn ich kämpfen kann, darf ich dir noch peilen? Da stand, glaube ich, drin, solange nichts anderes dasteht, kannst du noch peilen, wenn du auch kämpfen kannst. Ich gucke hier gerade in die FAQs rein, tatsächlich. Ich will nur nicht so schnell mitlesen. Aber das mache ich dann gleich. Wir machen erstmal ein bisschen weiter. Und dann, ich lese nebenbei die Dinger durch. Und, ähm, würde das dann nochmal aufgreifen. Ja. Genau. Ja, soviel zu der Liste. Ich finde die gar nicht schlecht, muss ich sagen. Da ist halt super viel, also das merkt man jetzt schon, wie viel wir über eine Liste jetzt gesprochen haben. Da ist halt extrem viel Tech drin. Ähm, wie in 1-Gaben-Listen. Und, äh, die hat, wie gesagt, halt auch schon gute, gute Kontrahenten weggeräumt damit. Ähm, ganz kurz. Ja. Ähm, wenn einer Fähigkeit erlaubt, eine Einheit zu kämpfen, heißt das, dass sie auch peilen und attackieren kann oder nur attackieren? Und da steht als Antwort, es kann reinpeilen und attackieren. Ja, okay. Die Designers-Kommentary, FAQ, zu den Core Rules. Also, das heißt, die können auch dann reinpeilen, selbst auch in der Fernkampfphase, ne? Also, nur mal so. Ja, ja. Ja. Sehr gut. So, Entschuldigung, dass ich die unterbrochen habe. Ne, alles gut. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur ersten Liste von dir. Achso, das hätten wir vielleicht schon mal vorher sagen sollen. Ich glaube ganz kurz, ähm, wir machen nur eine von meinen Listen, weil wir sind jetzt schon mal in einer Stunde. Wie immer. Ja. Ich glaube, da reicht eine von meinen Listen auch aus. Okay. Ähm, das Ding ist, was wir vergessen haben am Anfang zu sagen, ist, äh, ihr findet die Liste natürlich wie immer auf unserem Community-Discord und da sind die hinterlegt in unserer Listen-Publik. Deep-Dive, Deep-Dive-Listen steht da direkt. Genau. Ja. Ja, und zwar, ähm, jetzt muss ich mal mich sortieren, weil das finde ich immer bei der Age of Sigmar App so lustig, wenn du da die Batailloner drin hast, dass sich das alles so umsortiert hier. Hm. Mhm. Ich fang mal so an, ich habe zwei Batailloner dabei, einmal die Antorian Acolytes und ein Warlock-Bataillon. Ja. Und drei hat, und du hast gesagt, Feinders of Antor, hab ich auch noch dabei. Ah ja. Mhm. Und bei den Antorian Acolytes sind zwei Gracie hier drin. Ja. Der eine hat Hoarfrost, der andere hat Skitterlieb dabei. Mhm. Und dann habe ich im Warlock-Bataillon noch einen dritten Grace hier dabei, der hat Mercedes-Bizard. Habe einen Plague-Priest mit, äh, Rabbit-Rabbit. Rabbit-Rabbit. Habe als General den Vermildort Warbringer. Der hat als Spare-Flame-Weapon, hat als Akte-Fakt den Warp-Stone-Charme und hat als Command-Trade Powerful-Alpha. Ja, das war das, ne? Was, äh, mehr Attacken, äh, mehr Plus-Eins-Zo-Hit gibt, was ich verwechselt hatte. Kurz gucken, Powerful-Alpha war nämlich das, ne, das heißt, die ersten zwei, ähm, Wunden und Mortal-Wuns in jeder Phase sind einfach weg. Ah, ja, genau. Ja. Und ich hatte, früher hatte ich immer, ähm, anstatt dem Warp-Stone-Charme hatte ich eigentlich immer den Rust-Cursed-Armor dabei. Ja. Der ist nämlich auch ziemlich cool. Ähm, aber jetzt habe ich festgestellt, der Warp-Stone-Charme, dass er Minus-Eins zum Safe-Ralds gibt, finde ich schon ziemlich genial. Oh ja. So, dann habe ich zweimal, ähm, 20 Clan-Ratten dabei. Mhm. Und im Wizard-Finder auf Arntor habe ich einen Master-Mulder drin. Okay. Ähm, dann habe ich da zehn Plague-Sensor-Bearers drin, eine Herpet, ein Warp-Grinder und einmal ohne Bataillon habe ich dabei sechs Ratten-Oger. Okay. Spannend. Pass auf. Hintergrund zu der, zu der Liste. Ähm, ich meine, über den Warp-Bringer brauchen wir nicht reden. Die Clan-Ratten sind, ähm, Meat-Hield. Die stelle ich nach vorne, dass der, dass die, dass der Rest von mir relativ safe ist, dass da nichts reingechargt werden kann, beziehungsweise stelle die auch so auf, dass mir nichts in den Rücken teleportiert werden kann. Was mir auch ganz gerne passiert. Und die Plague-Sensor-Bearers sind zusammen mit dem Warp-Grinder im Untergrund. Ja. Das heißt, ähm, die kann ich irgendwann einfach hochholen, 9-12 vom Gegner entfernt und kann dann sagen, ähm, gib ihm. Was auch ganz cool ist, der Warp-Grinder ist relativ stark tatsächlich. Ich meine, der kostet ja nur 60 Punkte. Aber der hat einfach mal W6-Attacken auf die drei, auf die drei, minus zwei, zwei Damage. Ja. Und, wofür der auch noch, ähm, zu gebrauchen ist, ähm, sagen wir mal, der Gegner stellt sich so auf, dass er sagt, okay, selbst wenn du hier mit deinen Sensor-Bearers reinchargst, mache ich ein Abwehrfeuer. Okay. Dann sagst du mit deinem Warp-Grinder, aber du chargst mit dem zuerst rein. Ja. Das heißt, er müsste dann das Abwehrfeuer gegen den Warp-Grinder machen. Und dann kannst du dann... Was er halt nicht will. Genau. Ja, aber was er halt machen müsste, weil ansonsten, wenn die Sensor-Bearers reinkommen, kann er halt nicht mehr machen. Richtig. Wenn der Sensor-Bearer dran ist. Ja. Also das heißt, du hast den noch als Opferlam-Lotfalls, weil du sagst dir gut, ob der jetzt stirbt oder nicht, ist dir egal. Der hat das gemacht, was er machen sollte. Über die Sensor-Bearers braucht man nicht reden, die sind halt gut. Die werden natürlich dann nicht so krass gebufft sein, weil sie noch nicht in der Idee vom Plague-Preeze sind, weil die sind ja im Untergrund und der ist dann schon da. Das heißt, er kann keine Gebete auf die raufmachen. Aber es kann er eventuell später noch machen. Wenn es dann sein muss, aber ist auch nicht notwendig. Und dann halt die Ratten-Oga laufen logischerweise zusammen mit den Master-Mulder durch die Gegend. Ja. Weil der kann nämlich W3 Wunden bei den heilen, in jeder Heldenphase. Mhm. Und am Start meiner Heldenphase kann er die anpeitschen. Das heißt, die kriegen plus 3 zu ihren Run-and-Charge-Rolls. Und die kriegen bis zur nächsten Heldenphase plus 1, bis zu meiner nächsten Bewegungsphase plus 1 zu Wound-Rolls. Oh, nice. Und dann kannst du natürlich sagen, wenn die Einheit gestorben ist, dann auf eine 3 plus, kann er eine gleiche Einheit normal holen. Nicht nur die Hälfte, sondern nochmal 6 Ratten-Oga kommen dann wieder zurück. Das ist geil. Das ist halt so, dafür ist der halt wirklich gut. Wenn du halt so eine Ratten-Oga-Einheit hast, dann kannst du die damit ordentlich pushen. Und die sind tatsächlich gar nicht so schlecht, weil du hast, die haben 6 Wunden pro Nase. Genauso wie die Fiends. Die Fiends, da hat 2 Modelle bei 6, haben 6 Wunden. 7 Lemkspunkte, genau. Haben aber genau den gleichen schlechten Safe. Die Fiends haben 4er-Safe, die haben auch ein 4er-Safe. Ja. Sind aber deutlich günstiger. Klar, die haben jetzt... Sind das keine Fallkämpfer, ne? Naja, die haben... Doch, doch. Also, warte mal. Zwei von denen sind das genau. Ja. Einer von zwei. Das heißt also, bei 6 Stück sind es 3 Stück, haben die Warpfire Gun. 16 Zoll Reichweite. W3 Attacken auf die 4, auf die 3, minus 1, 2 Damage. Ah, okay, ja. Ist in Ordnung. Ansonsten 4 Attacken auf die 3, 3, minus 1, 2 Damage. Ja. Die können schon wehtun. Und die kosten mich 6 Stück 420 Punkte. Das ist nicht so teuer. Geht schon. Ja. Weiß nicht. Boah, 420 Punkte ist ja schon fast ein Viertel. Das finde ich schon viel. Ich meine, klar, da kommt viel raus. Aber wie du schon sagtest, so wahnsinnig stabil sind die nicht, ne? Aber ich meine jetzt nur, die Stormfiends, da kosten mich 6 Stück 620 Punkte. Ja, ja, ich weiß, ja. Und ja, klar, die haben eine höhere Weichweite und die können mit den Rattling ganz besser schießen. Die haben mehr Output, keine Frage. Aber die haben halt auch nur ein Vierer-Safe. Ist richtig, ja. Das ist das, was mich bei den Stormfiends halt immer nervt. Ich liebe die Stormfiends, bin aber der Meinung, die hätten wenigstens mit ihrer Rüstung ein Dreier-Safe gebraucht. Ja, das sehe ich auch so. Also das ist so, wo ich sage, das fehlt denen noch. Und dann sind die auch für mich wieder die Punkte mehr wert. Klar können die auch so schon ganz schön wehtun. Aber dieser Vierer-Safe, der nervt mich schon enorm. Ja. Und ansonsten ist es halt so eine Liste, wo ich sage, okay, der Warbringer wird hoffentlich nach vorne teleportiert. Die Brut geht durch ein Nackloch und steht dann da den Gegnern gegen. Und dann habe ich halt die Plague-Sensor-Berassi, die woanders rauskommen. Habe also die drei, die auf jeden Fall irgendwie reinkommen und habe dann noch die Ratten-Oga, die auch noch irgendwo mit ihren Spaß haben. Ja. Also das sind einige Pieces, die ganz schön ekelhaft sein können. Ich glaube, auch mit den Ratten-Ogern rechnen viele nicht, weil die werden null gespielt, wenn ich das richtig sehe. Sehr selten. Oder sehr selten, sagen wir es so, genau. Und das ist für dich alleine deswegen schon der Vorteil, weil der Gegner halt denkt, naja, okay, egal, da hinten stehen die großen Viecher, um die muss ich mich jetzt kümmern oder um die Sensor-Bearers. Und wer rechnet denn damit, dass die Ratten-Oga auch zuschlagen wegen LKW im Nacken? Ja, jetzt mache ich mal Horfrost drauf, dann haben die auf einmal eine Rente von zwei oder drei vielleicht. Oh ja, genau. Dann habe ich da vier Attacken pro Nase. Das sind sechs Ratten-Oga, also 24 Attacken auf die 3-3. Dann tun die auch weh. Minus 3-2. Ja, selbst mit den Rente 1 tun die weh. Wenn du schickst dir die in die richtige Einheit, dann rauchen die halt auch die ganzen Einheiten auf. Finde ich gut, ja. Und schöne Idee. Die sind erstaunlich schnell, sieben Zoll Reichweite und kriegen ja mit einem Anpeitschen plus drei auf ihre Charges. Ja, und safer Charges, wenn du vorher mit deinen Masterclan-Einheiten schöne Sachen gemacht hast. Ganz genau. Wichtig ist auch, zu sagen, bei den Masterclans gilt halt alles nur für die unmodifizierten Charges, ne? Klar, ja. Das sollte man vielleicht erwähnen. Ja, gut, das ist ja eigentlich logisch, ja. Ja, das wäre so eine Liste, die ich gerne mal spielen wollen würde. Kann ich halt nicht, weil Ratten-Oga sind momentan bei GW immer noch, obwohl es AOS schon wie alt ist? Neun Jahre alt ist? Ja. Immer noch in dem Fantasy-Blister drin. Das heißt, du kaufst hier zwei Ratten-Oga und hast dann da zwei Treiber drin und noch ein paar Riesenratten. Wo ich so sage, ja, es ist schön, aber ich hätte gerne nur zwei Ratten-Oga. Ja. Die sind doch teuer, oder? Ja, kann sein. Und das ist aber halt genau das, was mich halt dann immer so ein bisschen abhält auch. Wo ich sage, warum haben die es immer noch nicht geschafft, wenigstens die Verpackung zu ändern? Ja, also, das ist das... Ich vermute mal, das liegt halt alles in einer Gussform irgendwie, ne? Muss ja so sein, aber das ist doch nicht kundenorientiert, sind wir mal ganz ehrlich. Und dann wundern sie sich, dass man halt zu Drittanbietern geht, ne? Weil da habe ich schon einen Einkaufswagen voll. Weißt du, da habe ich schon seit Wochen, seit Monaten habe ich meinen Einkaufswagen voll und bin letztendlich so, dass ich sage, okay, ich warte mal ab, was jetzt die vierte Edition bringt. Und wenn mir das nicht zusagt, ne, 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 dann gib ihm, Etsy ist mein bester Freund. Ja, ja, klar. Also, ähm... Ansonsten, ja, also die Liste, bin ich mal gespannt drauf, wie die funktionieren könnte. Wie gesagt, die Plague-Sensor-Barracks kann man da ganz kurz mal sagen, die haben auch drei Attacken pro Nase. Auf die drei, drei, minus eins, zwei Damage, also... Und kriegen nochmal eine Attacke extra, wenn sie gechargt haben, ne? Hm. Und minus eins zu Wound gegen die, weil sie ja so, äh, ihre Pestilence, ähm, Gase haben. Die sind brutal, ja. Die Oberbund sind wirklich sehr brutal. Ja, ja. Ja, und die werden halt auch in meinen Wizard 2 noch Endor drinnen, ne? Dass ich denen sagen kann, okay, du hast, äh, du spielst Luminate, ach Mensch, ihr seid alles sauberer, Mensch, ist ja schade. Das ist ja schade, zzzzzz, weg sind sie. Das ist genau. Ähm, ja, 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 Plague-Sensor-Bearer ist probably eine der besten Nahkampf-Infanterieeinheiten, die gerade im Spiel... Ja, halt absolut eine Glaskanone mit ihrem 6er-Safe, aber ansonsten super. Ja, ja, klar. Eine Glaskanone, falls jetzt irgendjemand das nicht weiß, ist halt eine Einheit, die zuschlägt wie ein D-Zug, aber, äh, nix aushält. Genau. Dazu gibt es auch, äh, wo du es gerade sagst, eine schöne, in dem Moment, wo hier dieser Podcast raus ist, gibt es eine schöne Folge von Dario dazu, wo er nämlich Einheitentypen, Einheitenkonzepte und Armee-Konzepte erklärt hat. Die erste Age of Sigmar Masterclass. Und da geht er nämlich auch genau auf das Thema ein. Ich lieb's, ey, Dario, dass wir jetzt Dario dabei haben und den auch, äh, der da so viel Wissen mit reinbringt. Und, ich glaub, ich nenn dir das Erklärbär. Erklärbär? Ach, schön. Ja, ja, Erklärbär. Ich find's halt krass, dass er direkt, ja, dass er direkt reinjietet hier, ne? Ja, super, super cool. Voll geil, ja. Du musst auch dann aber anfangen, so mit, hallo, liebe Kinder. Ich hab heute die, ähm, die Bilder für das Thumbnail gekriegt von Dario und Madeline für ihre Streams. Und das Bild von Dario ist großartig. Das hat Madeline gephotoshoppt. Ist mega. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, kannst du auch. Ähm, ja. Also das ist jetzt die Liste. Ja. Ich weiß nicht, soll ich noch kurz die andere kurz, äh, anreißen oder sagst du, ähm... Können wir noch mal kurz, zumindest kurz drüber gehen, ähm, beziehungsweise, äh, pass auf, wir machen das so. Ähm, ich poste die einfach mit, die dritte Liste, als optionale Liste. Genau. Und wenn die Leute Fragen haben dazu, dann können sie dich ja gerne ansprechen. Du bist ja sowieso eigentlich jeden Tag im Discord aktiv. Ja, also, auf jeden Fall krieg ich immer sofort Nachrichten mit und dann antworte ich auch sofort, also... Ja. Von daher, ja. Genau. Dann kommen wir zu den Matchups, wa? Genau, Matchups. Ähm, ich würde jetzt einfach mal mit meiner bescheidenen Meinung anfangen, weil ich... Ja, los. ...wie jetzt halt nicht der Profi bin. Ähm, meiner Einschätzung nach haben Skaven aktuell ein sehr, sehr gutes Standing. Die kommen eigentlich mit dem meisten zurecht. Ähm, vor allem, was jetzt auch wichtig ist, die kommen vor allem mit Battle Plans zurecht, die weniger Missionsziele haben. Ja. Ähm, also ich sag mal sowas wie Tundra's in the Tower, äh, Towers in the Tundra, andersrum. Ähm, Frigid Zephyr ist für die sehr gut. Ähm, Pulse ist super. Ähm, Limited Resources ist super. Ähm, und gegen feindliche Armeen, ähm, Probleme, glaube ich, könnten tatsächlich Card on Overlord sein, weil die dir einfach die wichtigen Centerpieces rausschießen, bevor du ran bist. Ja. Ähm, Cities of Sigma könnte ich mir schwierig vorstellen, weil die einfach so ein Output haben auf lange Reichweite, dass du da auch nicht ankommst. Mhm. Ähm, und was ich glaube, was auch schwierig wird, ist sowas wie Seraphon und Cinch. Wegen Zauberei. Genau, vor allem Flächenschaden eben, ne? Also die zwingen dich halt in viele Moraltests und das mögen Scaven gar nicht. Also, ähm, Zauberei können Scaver aber ganz gut tatsächlich, dadurch, also in meiner Liste waren meistens mindestens irgendwie neun Zauberer, also neun Zauberer machen konnte, vor allem war ich, konnte also enorm viel Bannen auch. Ja, aber kriegst du Plus zum Bannen mit denen? Nö, das nicht, aber ich meine durch die, durch die Würfel momentan, durch die, ähm, ähm, ja gut. Also, also ich muss sagen, mit nem Bannen hatte ich tatsächlich keine Probleme bei, ähm, Scaven gehabt. Okay. Weil, ähm, selbst, selbst Cinch hatte oft nicht, nicht so viele Zauberer dabei, dass ich das dann probiert, dass ich dann sagen konnte, aber Mist, ich konnte nicht mehr Bannen. Ich konnte einfach, dadurch, dass die Greys hier so spottgünstig sind und jeder davon schon zweimal Bannen kann, ja, ist doch genial. Ja. Aber ja, ähm, das Recht Moral wollen wir nicht, das ist nicht schön. Oh, Flash-Eater-Cords werden, glaub ich, auch richtig böse, jetzt, wenn du einfach minus drei auf deine Moral kriegst. Ja, das tut einem weh, das tut einem wirklich weh. Also, ansonsten, ja, ähm, gegen Caron und, ähm, gegen Cities hab ich noch nie gespielt, tatsächlich. Ich hatte noch nie das Vergnügen, gegen eins davon zu spielen. Aber gegen Caron macht halt gar keinen Spaß. Stell ich mir auch wirklich unangenehm vor. Aber, ja, ansonsten, hab ich auch in den Turnieren gemerkt, ähm, ich bin da sehr selbstsicher immer rangegangen, weil es mir eigentlich wirklich relativ egal war, was ich für Gegner hatte. Mhm. Weil ich einfach dachte, ich kann mit Skaven eigentlich sehr gut reagieren auf den Gegner. Ja. Weil du kannst dich dann ansonsten, wenn du merkst, ach Mist, der ist jetzt, der ist jetzt sehr offensiv, das kann ich jetzt nicht gebrauchen, stellst dich einfach weiter hinten hin. Ja. Oder, ach gut, stellst dich weiter vorne hin, machst dir auch ein schönes Screen auf, das heißt, selbst wenn er ankommt, äh, rein charge, dann charge halt in deine Clanratten rein. Ach, mir ist doch egal, wenn die Clanratten sterben. Danach bin ich dann dran und dann, ähm, kriegst du halt den Wormelot ins Gesicht, so nach dem Motto. Ganz genau, ja. Also, ist halt wirklich, wie du sagst, die stehen halt sehr gut da, weil du mit Skaven unglaublich, äh, reaktiv arbeiten kannst und dich super auf den Gegner einstellen kannst. Ja. Das ist so. Weil du durch die, ähm, durch die, ähm, durch die, ähm, durch die, ähm, durch die Naglöcher. Bist du auch so mobil und der Gegner muss überlegen, will er jetzt das Naglöch, ähm, blockieren, dass du durch dich rauskommst. Muss aber dafür halt eine Einheit opfern, die dann da stehen bleibt, ne? Genau, ja. Hm. Ja, das ist so, ja. Äh, äh, gute Matchups überlege ich gerade. Ich glaube, Skaven haben sehr viele gute Matchups aktuell, oder? Also, ich glaube, alles, was mit dir in den Nahkampf will, muss ich echt warm anziehen, weil die Sensorbearers halt das Potenzial haben, alles rauszuschießen, was da ist. Ja, oder auch die, die, ähm, die Stormfiends, die tun auch weh, äh, selbst wenn die jetzt nicht im Nahkampf sind, die stehen halt hinter den Clanraten und schießen, was das Zeug hält. Selbst, äh, ich hatte ja in meinen alten, das hatte ich auch die Scryer-Akolyten dabei. Mhm, ja. Die auch von Gegnern total unterschätzt wurden, sind 70 Punkte, aber, ähm, jeder hat halt eigentlich so einen Globus auf die drei, auf die drei, minus zwei W3-Damage. Ja. Die können, die können enorm wehtun auf einmal. Ja. Also, ähm, du kannst, deswegen meine ich, du hast eigentlich, oder wie du auch sagst, die haben eigentlich sehr viele Matchups, wo sie auf jeden Fall gute Chancen haben. Ich müsste mal wirklich überlegen, was wäre denn das beste Matchup, ja, alles, was im Nahkampf will. Ähm, Korn, glaube ich, ist so ein Ding, was du komplett zerberstest mit denen. Nein, aber, da muss man halt auch wirklich sagen, Korn kann dir auch ganz schön auf den, auf den Rattenschwanz treten. Durch diesen extra Move ständig in der Hellenphase und alles, ne? Ja, durchaus. Dadurch, dass die dich hinziehen, wo sie wollen, sich selber hinbewegen, wo sie wollen, und das ist, das kann dich schon ganz schön nerven. Also, die sind, die sind nicht ohne, aber ja. Ich überlege gerade, was ist denn so eine prädestinierte Armee, die du komplett zerberstest mit's gelben? Orgs. Orgs, ja. Also, Iron Jaws krieg ich mit's gelben ganz gut hin. Ja. Die, ähm... Ogre. Ogre, ja. Ogre gehen auch ganz gut. Ja. Ähm, weil die Ogre haben nicht viel Magie, äh, gut, Beschusslisten von Ogren, also, Iron Blasterlisten, klar, die sind ekelhaft. Mhm. Aber das weiß ja mittlerweile der geneigte Zuhörer sowieso, dass ich, äh, das Beschusslisten sind, mein Kryptonit sind, egal, was ich spiele. Mhm. Ähm, ja. Aber Or, ansonsten, so eine typische Ogre-Liste, die, die, die ist, die ist mein Freund, ja. Eigentlich alles, was einen schlechten Save hat. Die Frage ist jetzt, wie gut kommt Skaven mit den, mit den Top-Contendern gerade, äh, also, Soulblight Gravelords, Osak Bone Reaper, wie kommst du da mit zurecht? Kriegst du die kaputt? Also, ich hab, äh, im letzten Turnier mit Skaven, hab ich die, äh, Soulblight Gravelords in, äh, Runde 3 getabelt quasi. Ah ja, das ist dann, okay. Das waren 30 Skelette, ähm, die ich in einer Runde, äh, weggeschossen hab. Mhm. Die hat er keine Möglichkeit mehr gehabt, die noch, äh, wiederzuholen, also, also, mit dem normalen Wiederbeleben. Ähm, und dann hat er sich später die Hälfte nochmal wieder geholt, dann hab ich sie wieder aus dem Seen des Skeletters geschossen. Und durch Mercy das Blizzard hab ich den, ähm, hab ich Manfred rausgeholt, nee, Manfred rausgeholt. Den Vampire Lord hab ich, ähm, da hatte ich ja Glück, dass der halt so schlecht gewürfelt hat. Da hab ich meine, meine, ähm, Höhengruben-Bestie raufgeschickt. Und hab dennoch raufgeschossen, was das Zeug hält. Aber dadurch, dass die Listen ja so, also diese, ähm, Vampire Lord, Manfred, ähm, die sind ja schon so teuer. Ja, da hast du ja nicht mehr so viel drin. Das stimmt, ja. Und kannst halt schon eine ganze Menge mitmachen. Also, ich finde, also, die Vampire, die Soul Black Railflops gestehst du ganz gut da als Skaven. Die Ghost Reapers sind ein bisschen schwieriger zu knacken, weil die einfach durch die Bank weg, ähm, besseren Safe haben und, also, sich auch sehr gut anpassen können an den Gegner. Die sind, äh, schwieriger. Mhm. Aber die Soul Black Railflops seh ich für die Skaven kein Problem, ehrlich gesagt. Okay, krass. Hab ich nicht gedacht. Weil, ja, die können gemein sein, aber ich find die nicht so schlimm, wie immer alle sagen, ehrlich gesagt. Wie gefallen die, ähm, vom Battles-Technischen gefallen mir die Soul Blacks eigentlich echt gut. Hm, ich glaub, da würden jetzt viele widersprechen, aber, äh... Ja, ich weiß, aber ich hab schon echt oft gegen die gespielt. Und auch, ich find die, ich find die in Ordnung. Ähm, die sind, klar, gibt's da ein paar, paar Sachen, wo man sagt, okay, das find ich jetzt auch ein bisschen over the top hier, dieser Dreier-Unrendable-Safe und alles. Das sind so Sachen, wo ich sage, nachher so ein bisschen das Spiel kaputt. Ich glaub, das Problem ist vor allem, dass die Armee halt einfach punktet wie Idioten, äh, ohne dass sie was dafür machen müssen halt, ne? Ja, genau, das ist das übliche Thema. Deswegen bin ich ja dafür, dass die, die, ähm, Battletorm-bezogenen, ähm, Strategien wegfallen. Okay. Ich bin, ich bin, ich bin großer, großer Verfechter davon, dass die lieber, ähm, alle Vierteljahre oder vielleicht in höheren Rhythmus, ähm, allgemeine, ähm, Strategien rausbringen, damit's spannend bleibt, damit man sich immer wieder nur anpassen muss, aber dass jeder die gleichen Strategien nutzen kann. Und dadurch hast du ein besseres Balancing, meiner Meinung nach, als wenn du jetzt jedes Battleturm seine eigenen Strategien hat. Und dann hast du halt so was, wie wenn du so sagst, ach Mensch, ja, die Einheit muss sterben, ach, schade, jetzt ist sie tot. Mann, danke für die zwei Punkte. Ja, 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 ja. Das ist halt, ja, seh ich auch ein, das ist schwierig. Und dann hast du halt andere, wo die halt vielleicht ein, zwei Battletectics haben, die sie schaffen können. Dann kommt halt mal so eine halbherzige hinterhergeschmissen von GW, wo sie sagen, hier habt ihr noch eine, die aber auch scheiße ist. Ja, vor allem die halt in der Regel halt super einfach ist, ne? Also guck dir die von den, von den Crewboys an, die neue, die ja eigentlich nur eine Farce ist. Ja. Steh mal neben dem Gelände, oh, du stehst neben dem Gelände, ach, hier sind zwei Punkte, hey, Fran. Genau. Und das sind halt so Sachen, oder dafür kriegen die Stormcasts übrigens so eine ganz andere Battletactics. Also da wäre ich halt wirklich dafür, dass man sagt, allgemeine Battletactics, die in einem höheren Rhythmus ausgetauscht werden, damit das Spiel spannend bleibt, damit man besser reagiert, damit GW besser auf die Meta reagieren kann. Vielleicht sollte sich GW auch mal eine allgemeine Meta angucken, nicht nur die eigene Meta. Mhm. Und das wäre, glaube ich, relativ, in meinen Augen, relativ gesund für das Spiel. Ja. Ähm, ja, aber könnt ihr ja gerne noch was dazu sagen, ob, wie ihr das seht, mit den Battletactics, mhm. Oder ob ich da jetzt allein auf weiter Flur stehe. Ich persönlich bin tatsächlich ein großer Fan von dem Battletactics-System. Ähm, und ich finde es auch in Ordnung, wenn es fraktionsspezifische gibt. Meiner Meinung nach müssen die nur ein bisschen angepasster sein. Also, ähm, dass zum Beispiel bei den, ähm, bei den Ork-War-Clans, die, äh, auf die einzelnen Sub-Factions begrenzt werden, dass jetzt eben nicht Big Wark immer vorne liegen wird, weil die einfach alles kriegen, von allen. Ja. Ähm, oder bei Soulbite Gravelords. Also, dass halt einfach nicht einfach eine Battletactics dabei ist, die sagt, so hier, du nimmst mal irgendeinen Missions-Demarker ein, hier hast du zwei Punkte erfahren. Ähm, das ist halt zu einfach. Sowas sollte es halt nicht geben. Oder der Partybus von den Zwergen, sie steigen aus, sie steigen ein, vier Punkte, easy. Was ich halt cool fände bei Battletactics, ist, wenn die, äh, wirklich, ähm, interaktiver werden. Weil es ist, es ist ein Kriegsspiel. Und das sind, ähm, das sind Kampftaktiken. Und dann, finde ich, sollte es auch irgendwie die Möglichkeit geben, als Gegner darauf, ähm, bisschen mehr zu reagieren zu können, dass man sagen kann, ah, okay, ich will dir das aber irgendwie noch verwehren. Aber wenn du halt natürlich sowas hast wie, ja, ich stehe jetzt hier an dem Gelände und kriege dafür meine Punkte, das fühlt sich nicht an wie ein Kriegsspiel. Nee, richtig. Also, das, das, da fehlt mir so das Feeling so ein bisschen, ne, aber, ähm, okay. Böse Zungen würden ja auch behaupten, dass GW diese Battletactics eingeführt hat, weil sie gedacht haben, oh shit, sonst spielt die nie jemand. Ähm. Crew Boys hatten ja irgendwie schon immer ein komisches Standing, seit die raus sind in der dritten Edition. Ähm. Ich glaube, dass die einfach keine Ideen gehabt haben. Ähm. Also. Nö? Ähm. Ja. Aber gut. Würdest du dem, ja, ich wollte gerade sagen, wie immer, ähm, würdest du, äh, also den Einschätzungen so zustimmen oder würdest du andere Einschätzungen geben bei den Matchups? Nimm ich dir zu. Okay. Also, da, da muss ich, da kann ich nichts anderes leider zu sagen. Also, die Skaven, sieht man ja auch an, äh, an den Ergebnissen von den Skaven momentan, die stehen halt wirklich gut da. Also, gerade auch, was du jetzt vorhin in der Einleitung gesagt hast, ähm, die Liste, die du vorgestellt hast, gegen was sie alles gewonnen hat. Die hätte sogar den Karadon gespielt. Ja. Und ausgezogen, ja. Und es sind halt so, äh, wenn du die, wenn du die beherrschst, wenn er, jetzt weiß man nicht, wie gut der Gegner einmal seine Armee beherrscht hat, aber, ähm, wenn du die Liste oder die Armee beherrschst, dann kannst du damit eine ganze Menge machen. Die Skaven, die erwischen viel auf dem falschen Fuß. Ja. Ist, glaub ich, auch eine Armee, die, äh, nicht viele kennen als Gegner, oder? Weil die so ein paar Jahre jetzt geubotet haben. Ja, ja, deswegen, also bis, bis vor einem, ich sag das mal, bis vor drei, zwei, drei Monaten waren die, ähm, oder drei, vier Monaten vielleicht, waren die immer noch so ein bisschen underdogs und jetzt kommen die halt erst hoch, weil jetzt immer mehr merken, auch Mensch, die sind doch ganz cool. Und die werden jetzt immer mehr gespielt und das lernen die Leute, die das wieder kennen, aber ja, dadurch, dass sie halt ein paar Jahre jetzt wirklich nicht wirklich viel Liebe erfahren haben. Ja. Und ja, durch das, durch das aktuelle, ähm, ähm, System, was wir jetzt grad haben, auch mit den super, mit diesen gemeinen Zaubern, ist, ist natürlich voll super für die Gracie, ja, ne? Ich meine, die Gracie, ja, mit seinen 120 Punkten, die da 4w6 Damage machen kann, äh, tödlich und raushauen kann, ja, ist einfach super. Ja. Auf jeden Fall. Also, ähm, grundsätzlich. Und auch, auch Horfrost. Horfrost kannst du halt deine Einheiten super buffen, also selbst die Idyllieinheiten sind auf einmal tun den Menschen weh, ne? Also du kannst halt, ich glaub, das sind so Sachen, die haben jetzt auch mit dazu geführt, dass die Skaven noch besser wurden, weil da noch mehr genutzt wurden. Ja. Und wie du schon sagst, die können halt wirklich mit den meisten Battleplans unglaublich gut umgehen, weil die einfach meistens die Masse haben, um auch viele Objectives zu bedienen, aber du kannst auch genauso gut deine Masse so, ähm, zentrieren. Ja. Und dann kannst du die wenigen Objectives bedienen kannst, ohne dadurch etwas einzubüßen. Das hast du auch hier gerockt. Also ich, ich, äh, bin beeindruckt. Skaven sind halt irgendwie, es hält Chaos und Skaven sind irgendwie toll. Ich mag sie. Genau deswegen hab ich nicht verstanden, warum sie die bei Old World nicht mit reingenommen haben, aber gut. Hm, das ist immer ein anderes Thema. Genau. Ähm, ja. Dann würd ich sagen, kleiner Ausblick aufs nächste Mal. Die nächste Folge wird dann Fireslayers sein, weil ihr habt euch ja das ja gewünscht bei unserem Discord. Das heißt, äh, die nächste, der nächste Deep Dive wird dann wahrscheinlich wieder, weil, ich sag mal, wenn wir ihn schon an der Hand haben, sollten wir ihn auch einladen dazu, wird der liebe Jan sein wieder, weil ich glaube, der ist Stand jetzt der beste Zwergenspieler Deutschlands. Ähm, ich glaub auch. Auf jeden Fall ist er, selbst wenn er es jetzt nicht der beste ist, er ist ein enorm erfahrener Zwergenspieler. Ja, richtig. Und, ähm, dementsprechend werden dann als nächstes jetzt die Fireslayers kommen. Die Folge wird wahrscheinlich 24 Minuten gehen, weil der ganze Battleturm sind vier Seiten. Ähm, und, äh. Ich fang nicht wieder damit an. Äh, ja, da muss ich mich zurückhalten. Ähm, und danach sind wir tatsächlich offen. Zu was hätten wir denn Lust? Was könnten wir nach Fireslayers machen? Ähm, 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 Slanisch hatten wir schon, ne? Slanisch hatten wir schon, Slaves hatten wir schon, Korn hatten wir schon, Nörgel. Hatten wir Nörgel noch nicht? Nee, Nörgel hatten wir noch nicht. Ja, Nörgel hatten wir noch nicht, dann wäre ich wieder dabei. Ja, dann machen wir doch einfach als nächstes nach dem Fireslayer Nörgel. Oder wir machen halt dann nochmal eine, ähm, ähm, Destruction-Fraktion, hatten wir auch noch nicht. Hatten wir überhaupt Death schon? Doch, Death hatten wir fast alle, glaub ich. Ich hab so... Können wir uns ja noch überlegen. Ja, können wir uns ja noch überlegen. Genau, genau, genau. Ihr könnt ja nochmal abstimmen, aber, äh, wir könnten auf jeden Fall... Also ich finde eigentlich, Fanta an Idee gar nicht so schlecht mit Nörgel. Ja, dann kann man sich rumnörgeln. Ja. Oh. Ähm. Ja. Und ansonsten, schaut in die Streams vorbei. Wir streamen jetzt deutlich mehr, ähm, als sonst. Also, hoffentlich. Weil zum Zeitpunkt der Aufnahme ging das Ganze noch nicht an. Aber so ist es geplant. Und, ähm, ich hab auch, äh, vor meine Bemalung der Cities of Sigma mit, äh, Streams zu begleiten. Weil ich hab keinen Bock, die alleine zu bemalen in meinem Kämmerlein. Hey, hey. Und hab mir einfach überlegt, die dann immer zu streamen. Und dann gibt's vielleicht so zwei, drei Streams in der Woche. Mal gucken, je nachdem, wie es meine Schulzeit zulässt. Weil ich ja jetzt wieder in der Schule arbeite. Oder was heißt wieder? Ich arbeite jetzt in der Schule. Punkt. Ähm, und, äh, schauen wir mal, wie weit ich das begleiten kann. Aber, äh, ich hab hier jetzt gerade vor mir stehen den Ogre Warhulk. Was ein geiles Modell, Alter. Sehr schön. Ja. Ja, ich muss noch fünf Seeker von Slade Spinn malen. Bäh. Ja, die hab ich gehasst. Ja, nicht die, 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 ähm, Battleline-Seeker, die, die, ähm, Battleline-Seeker, die Dämoniten. Die alten. Ja, genau. Ja. Ja, die, die, oh, ja. Aber, ich bin gespannt, wann du dir das erstmal aufs Turnier bringst. Ah, der kam von Herzen. Ähm. Ja. David, das war mir ein Fest. Wir haben mal wieder haarscharf die eine Stunde verpasst. Ja. Wir haben zwei wieder aufgenommen. Ja, wir haben schon wieder zwei Stunden. Ja, ja, aber, 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 aber wir hatten noch, noch Vorlauf. Also, ich glaub, wirklich Aufnahme für den, für den, ähm, Podcast waren es, glaub ich, nur anderthalb. Nee, es war ein bisschen mehr. Verdammt. Ich glaub, wir haben so zehn Minuten Vorlauf gehabt. Also, eine Stunde fünfzig. Wir haben auch nur knapp drüber. Wir haben auch nur knapp drüber. Wir haben auch nur knapp drüber. Hoffentlich hat er Spaß von zuhören, so wie bei der Aufnahme. Ja, wenn ihr den nicht hattet, dann, äh, ja, Pech gehabt. Ähm, ja. Gebt uns gern Feedback zur Folge. Und ansonsten gibt euch Daniel gleich am Abschluss wieder, wie immer, seinen Senf dazu. Und, David, das war mir ein Fest, wie immer. Ja, wir auch. Bis zum nächsten Mal. Juhu, bis denn. Wir sind uns wie üblich raus. Ganz genau. Paris-Hauten. Auf Wiedersehen. Und wir sehen uns auf der Bundesgartenschau. Und wir sehen uns auf der Bundesgartenschau.